Hallo Ladies and Gentlemen, mit 15 Minuten Verspätung laufen wir im Plankenschnack Bahnhof ein. Heute zu Gast sehen wir folgende. Hallo? Seid ihr da? Bin da. Holy moly, hatten wir gerade technische Probleme. Wir sagen jetzt, von wem die Kamera nicht anging, okay? Garak war es, weil sonst war Garak... Nein, ist gar nicht wahr. Garak hat sonst immer technische Störung und da Garak ja hier immer den Bonus hat, dass sich jeder alles nicht übel nimmt, Garak war schuld heute. Garak, nimmst du das bitte an, die Bürde? Also, sendest du wirklich? Bei mir hostest du immer noch diesen anderen Typen. Äh, ich hoste? Irgendwen? Nee, eigentlich sollte ich niemanden hosten. Du hostest Showdown-Twitch. Du sendest... Nee, No Channel ist hostet. Äh, sollte eigentlich alles funktionieren. Holy moly, heute ist echt alles gut. Bei mir nicht, hm. Bei dir hört man auch alles hinten nochmal wieder raus, also Boxen. Dizzy, alles gut, du bist da. Okay, siehst du, dein Host läuft noch? Nee, hier ist kein Host da. Hier steht Exit... Ah, jetzt sehe ich das, alles klar. Okay, alles gut. Wir sind, wir sind, glaube ich, alle da. Holy moly, was für eine... Niemals an Arbeitstagen essen gehen, okay? Weil erstens mal beleidigt dich die, äh, Bedienung und dann auch noch wieder Stress am Ende mit Plankenschnack. Aber hey, es hat alles, äh, funktioniert. Äh, wir wollten eigentlich heute, äh, Basti dabei haben, norddeutscher Junge, aber da ist natürlich wieder astreine, norddeutsche Kommunikation, äh, hat da stattgefunden. Der eine meinte das und der andere meinte das. Und, äh, im Endeffekt meinten wir beide das selber, aber es ist nicht passiert. Somit haben wir heute die wundervolle Salissa Belladonna eingeladen. Da ist sie, hallo. Äh, ich bin... Hi. Willst du dich noch kurz vorstellen? Ja, ich bin die Salissa Belladonna. Hi. Wow. Also, puh, also die Vorstellung war schon, äh, sehr fesch, muss ich sagen. Belladonna mit Nachnamen oder mit, äh, oder ist das dein ganzer Vorname und ist da noch ein Nachnamen? Nee, nee, Salissa und dann Belladonna als Nachnamen. Ah, krass. Ja, das ist dann Stefan Belladonna, Katze Belladonna, das ist, äh, Familie Belladonna. Katze Belladonna. Katze 1 Belladonna, Katze 2. 2 Belladonna, Katze 3. Okay, 5 habt ihr? Super. Das funktioniert wundervoll. Super. Ich hoffe mal, äh, dass wir... Du hast keine Brille auf, Salissa. Das ist ungewohnt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist anders. Ich sehe auch etwas schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann setz doch die Brille einfach auf, oder wolltest du... Mensch, ihr seid ja alle hier. Wow. Salissa ist endlich da, Mensch. Garakum, wie der so völlig desinteressiert wie immer, bis er dann gleich anfängt. Ich guck. Ja, 49. Runde. Neska, ich vergaß. Vielen Dank. Äh, ich bin, ähm, Mitglied der, äh, Bay Pirates. Äh, ich bin die Sanissa Belladonna. Ich strebe fast alles, was mir zwischen die Finger kommt auf den Sony-Konsolen und, äh, freu mich da zu sein. Schön. Wir haben heute übrigens, äh, als Thema gewählt, ähm, dieses ganze... Ja, wie, wie wollen wir das denn jetzt hier nennen? Äh, das ganze Gaming-Konsortium, also Spiele, Kickstarter, äh, Early Access, etc. pp. DLCs und so weiter und so fort. Ähm, das Thema ist sehr interessant, weil, äh, sowohl Slabby sich damit, glaube ich, sehr viel beschäftigt, weil, äh, er doch eher die Kleinspiele spielt, die aus solchen Richtungen, würde ich eher mal behaupten, so viel, äh, herkommen. Aus der Sicht von, von, äh, ich bin super gespannt, was Garak dazu zu sagen hat und, äh, Sali natürlich auch, weil sie ja eigentlich von der, von der Playstation oder von der Konsole kommen und wie das da so aussieht. Also es wird sehr interessant und, ähm, falls ihr noch Fragen stellen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter Hashtag Plankenschnack bei, äh, bei Twitter. Und, äh, da werden wir sicherlich auch später noch drauf eingehen. Vorab erst mal, wie war denn so, wo, wie waren die zwei letzten Wochen? Garak, Slabby, Sali? Wie, 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 wie waren die zwei letzten Wochen für euch bei Twitch? Smalltalk sozusagen? Die sind einfach verlaufen. Achso, bei Twitch. Als, äh, ja. Die sind einfach weggegangen. Die rief, ne? Die Zeit ist einfach so. Kutsch. Die ist da hinten, da hinten, einfach so ganz schnell. Ich hätte gerne, ich bin geflogen und geflogen und geflogen. Aber bei mir war abends richtig, ich hab ja, ähm, ich spiel am Tag gerade noch Dark Souls 1 auf, äh, 100 Prozent, da ist normal, aber ich habe, äh, Unravel gespielt, dieses wahnsinnig kleine Wollmanschki, so, so ein Jump'n'Run. Da war ich, äh, dass das, dass da so viele Leute so begeistert von sind, hätte ich gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Du, du auch nicht? Ja, ich auch nicht. Ich sowieso nicht. Also. Ich sowieso nicht. Niedliches, kleines Spiel, aber, äh, die, die Leute, die fahren total, also, das ist, äh, da ist echt, äh, viel los gewesen. Und Leia's of 4. Leia's of 4. Mhm. Slebi, du hast, äh, du hast, ähm, nur Minecraft gespielt die Woche, sehe ich das richtig? Ja. Ja, ja, ja. Okay, äh, wie, 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 wie gefällt dir so das Infinity? Bist du noch bei, ja, ne? 350 Stunden, muss ich noch mehr sagen. Hängst du an Infinity? Auf, auf einer Map, ja. Wow, okay, nice. In welcher Zeit? Äh, seit Dezember. Oh, nice. Das ist aber ganz schön viel. Warst du schon auch mal draußen zwischendurch? Nee. Okay. Dafür bist du aber ganz schön braun. Haha. Make-up. Make-up, ja. Unverschämtheit. Nein, um Gottes Willen, ich hab doch kein Make-up drauf. Na, löb nix. Baby. Was, äh, Garak, was hast du so getrieben die Woche? Übrigens, Garak, äh, ohne jetzt zu spoilern, aber du bist ein Streamer der Woche. Was? Ja. Ich hab, ich hab, ich hab, äh, ich glaub, ich bin geflogen, ne? Ein Flugsomoldator, kann das sein? Ja, ich glaube. Also, soweit ich das gesehen hab, schon, ja? Ja, also, also eigentlich immer, ja. Ich glaub, es war auch ganz cool, war ein sehr cooles Stream. Die letzten zwei Wochen wieder sehr viele neue Zuschauer dazugekommen bei mir. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die alle herkamen. Also, es hat mich etwas überrascht, weil das doch ein, ein, es geht zwar kontinuierlich immer so langsam nach oben, das ist auch okay, aber irgendwie in den letzten zwei Wochen war es besonders. Weiß nicht, vielleicht liegt es auch am schlechten Wetter oder so. Kann ja sein. Äh, wir hier oben haben schlechtes Wetter. Also, im Moment stürmt das hier gerade draußen. Wir haben hier, der, der, der Regen kommt schon wieder waagerecht ins Fenster rein. Ähm, aber so ist das halt in Norddeutschland. Macht auch nichts. Die Schlange. Ich hab mich heute verliebt. Ja, war sehr erfolgreich. Und, äh, und, äh, und, äh, ich bin froh, dass ich alle Termine einhalten konnte, weil ich hab relativ viel zu tun gehabt. Und, äh, aber meine Streams hab ich durchgezogen und das hat auch super Spaß gemacht. Wo hast du dich denn verliebt? Ich hab übrigens, äh, das muss ich noch erwähnen. Äh, das weiß ja keiner. Ich hab Deadpool gestreamt. Ich hab Deadpool gestreamt. Ja, hat er. Ja, also, ja, super geil. Das wusste ich gar nicht. Da gibt's ein Pass-Broadcast. Ich weiß doch schon geschein. Äh, das war legendär. Also, für mich. Naja. Ich, ich hab mich völlig erschrocken. Ich hab richtig. Ich musste, ich musste auch auf meinem Computer abends beim Schlafen gehen nochmal ganz sicher hingucken, ob ich keinen Schlafsamt drin hab. Und es war wirklich so. Es war, ich, 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 ich stalk euch ja immer heimlich. Das sag ich euch ja, äh, offiziell nie, aber ich stalk euch immer. Und, äh, da war ich definitiv etwas erschüttert, ja. Ich hab sieben Stunden jetzt auf der Uhr. Bei Dizzy hab ich mich heute verliebt. Das macht echt Spaß. Also, das, äh, ich hab's jetzt leider die letzten Tage nicht spielen können, aber, äh, es macht echt Spaß und ich werd's auch weiterspielen. Ob ich's nochmal streamen, weiß ich allerdings nicht. Mal gucken. Sali, ich wurde auch eben gerade beim Essen als Knuddelbär, äh, bezeichnet. Ach du, ich, hei. Ich kann das verstehen. Ja, ja. Nein, das Spiel, der Black Desert. Ich wollte, ich, ich wollte eigentlich auch nicht anfangen, aber, äh, ich fand's dann doch sehr cool. Hm, ich darf, ich seh das schon, ich darf das nicht anfangen. Nee, das wüsste ich nicht. Das hat, das hat mich jetzt total überrascht, ja. Also, weil MMO und du, also, ich, ich, ich wollte die ja schon so, schreiben in den Chat, ah, ja. Und das nächste ist Dark Age of Camelon. Oh, 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 oh. Das wollte mir heute schon einer andrehen, aber da hab ich erst mal gesagt, erst mal das hier, okay? Ich weiß auch nicht. Ich finde, dass... In Black Desert kannst du angeln. Echt? Habt ihr das gesehen? Ich hab geangelt. Markele, Markele. Ja, ja, ich hab gesehen. Ja, du hast sogar, du hast sogar was gefangen. Das fand ich total geil. Ich liebe Angeln. Ich werde heute Nacht, die ganze Nacht werde ich spielen. Was? Ja, ich meine, der hält gleich Flankenschnack aus, alle weg, rausscheuchen aus dem Teamstreek und dann, zack, Reiner, angeln gehen. Angeln war gut. Ich sag ja, ein MMOs machen süchtig. Aber das ist, das ist nur bis morgen, ne? Ja, erst mal, ja. Und dann ab 2. März. Nee, du darfst nicht spielen. Das sieht so, dass das... Mich turnt das mega an. Ich hab das bei dir gesehen und ich so... Es sieht... Also, es ist wunderschön. Es macht super viel Spaß. Was... Weil es nicht so grindy... Der Charakter ist nicht so grindy. Und man hat so viele Quests. Also, man liest die ja eh nicht, ne? Aber man muss jetzt halt nicht... Höhen Sie 1.000 davon, machen Sie 3 Trilliarden davon, lecken Sie der Katze am Schwanz und gehen wieder zurück, quatschen Sie mit Alchemist, schieß mich tot. Also, es ist halt nicht so. Und das find ich sehr cool. Also, hat einen schönen Charakter. Finde ich sehr, sehr nice. Ähm... Sieht gut aus. Habt ihr euch die Woche irgendwie vielleicht in die ganzen Betas verliebt? Es gab ja diese Woche wieder Betas zum Antesten. Äh, Hitman war? Division? Ich weiß nicht, ob... Ich hab Hitman gespielt. Okay. Und? Ich hab ja das Glück gehabt auf der Playstation 4. Ich durfte das eine Woche früher spielen. Die Playstation 4 hat, ne? Eine Woche früher durften wir die Beta spielen. Ja. Letzten Freitag, alles war möglich. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Ich möchte kurz mal eine Idee aus dem Chat aufgreifen, Sally. Zu Ehren deiner Person werde ich den nächsten Charakter, den ich erstelle und den ich spiele, deinen Namen verpassen. Du darfst das Spiel nie spielen, aber du darfst dabei zugucken. Oh ja! Wenn du mir erlaubst, dass ich deinen Namen nehmen darf, werde ich dich dort verewigen und das quasi dir so schenken dann. Ich liebe dich! Okay. Ich guck das immer! Sag das nicht, Stefan ist da. Ja, der liebt dich mit. Okay. Aber ich mach dir... Das ist eine sehr schöne Idee. Damit können wir nämlich eine einzelne Person sehr glücklich machen. Ich muss bloß gucken, ob ich da was Vernünftiges finde von der Klasse her. Mach mir Riesenhupen! Pass auf, wir machen das so. Wenn das released wird, lade ich dich ein und wir machen das gemeinsam. Also nicht hierher, aber im Teamspeak und wir erstellen gemeinsam den Charakter. Oh, wie gut! Das wird lustig! Da brauchst du sechs Stunden für. Ist egal, aber Salissa Belladonna, ich verspreche dir, dass ich dir das als Geschenk... Was? Achso, ich ja, aber Sally werden wir sehen. Nee, nee, Sally, ich erinnere da nur an die Charaktererstellung von Fallout 4. Ich glaube, das hat sechs Stunden gedauert. Gar nicht! Ich war voll schnell. Das ging flott. Okay, also machen wir. Sally, ist gebongt? Super! Okay, machen wir. Freu mich! Das Problem ist aber, du streamst, glaube ich, auch wenn das released wird. Da müssen wir uns dann noch mal auf einen Termin einigen. Nee, mach ich mir frei. Wir kriegen das schon irgendwie hin, aber machen wir. Habt ihr irgendeinen von den Betas angetestet? Von welchem Spiel redet ihr jetzt gerade? Black DZ? Achso, okay, alles klar. Ich stande gerade auf dem Schlauch. Beziehungsweise auf dem Kabel. Black Desert habe ich mir angeguckt, aber nicht Beta gespielt, weil die Gefahr ist, dass ich dann, also mir geht das genauso mit den Mass-Multiplayer-Online-Games, da versinke ich dann drin und deswegen spiele ich keine mehr. Also das ist einfach, die Dinger machen einfach zu süchtig und ich habe die Zeit dafür nicht. und deswegen, ich habe irre, irre lange, viele Jahre Dark Age of Camelot gespielt und eben auch andere MMOs und, nee, das meine ich mehr, das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Also ich finde es schick, ich gucke mir das mit Sicherheit an, aber spielen werde ich es nicht. Wow. Heute ist Skype aber echt gut drauf bei uns, weil, äh, alle, alle sind asynchron. Richtig gut. Der, der Sound kommt super früh, die Kamera übel spät. Ich gucke mal, dass ich das währenddessen mal irgendwie so auf die Reihe kriege, ja? Ich muss da mal ein bisschen rumfingern, aber sollte funktionieren, hoffe ich mal. Ja. Aber das bist, glaube ich, nur du, Garak, wieder. Keine Ahnung, was da bei Skype los ist. Ähm, hast du bei Hitman zufällig reingeguckt, Garak? Slebi? Ich, ja. Äh, ich habe, ich habe Hitman bei dir zugeguckt und, glaube ich, ja, und ich habe Hitman Absolution angefangen zu spielen, gestern. Ähm, das habe ich für zwei Jahre, äh, vor zwei Jahren habe ich das mal im Sale gekauft und, äh, ich dachte, ach, jetzt kannst du es auch mal spielen. Und ich habe bei dir ja viel gelernt. Äh, ich habe, ich bin jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Stunde zu Gange da, bin noch nicht gestorben und habe die Leute alle nicht umgebracht, sondern alle in Kisten verfrachtet. Okay. Okay. Ja, umgehauen und in Kisten gesteckt, das ging ganz ruhig. Aber, du weißt schon, bei mir ist immer so wenig wie möglich töten, ja? Ja, habe ich ja gesagt, ich habe die alle nur in Kisten gesteckt und so. Ja, umgehauen, also ich mache gar nicht ganz tot dann. Aber sowas mache ich doch nie. Ich lasse sie ja immer alle stehen mittlerweile. Aber das ist auch im Grunde. du laufst an denen vorbei, ja. Du bist ja der Pazifist. Bei mir macht es gleich knick, knack, knick, knack, 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 knack. Ja, immer. Knick, knack. Ja, ich habe immer Angst, dass die aufwachen und aus der Kiste dann nochmal rauskrabbeln. du, psscht. Man muss sie ja auch erst lernen, wie sie nicht aufstehen. Das habe ich, glaube ich, bei Metal Gear Solid 5 erst mitten im Spiel gelernt, dass man, wenn man die wach lässt und einmal gegentritt und dann mit der Waffe drauf zielt und dann bleiben sie liegen und dann stehen sie nicht mehr auf. Immer? Also Respekt. Ja, immer. Aber du musst immer zwischendurch nochmal drauf zielen, damit das so bleibt. Nee, zwischendurch musst du nicht drauf ziehen. doch. Ja, erst wenn sie entdeckt werden, dann stehen sie auf und das ist ein Problem. Und bevor du sie dann mit dem Ballon wegschickst, musst du sie, aber ist auch egal. Ich habe das gesehen, dieses, wie heißt das? Hitman. Ich habe, ich habe schon die ganze Zeit eigentlich Bock, Hitman mal zu spielen, weil ich liebe diese Schleichspiele. Wir werden jetzt gleich, wahrscheinlich, wenn es um das Thema geht, werden wir noch über ein anderes Schleichspiel reden, aber in einem anderen Kontext. Aber ich habe das damals schon bei Deus Ex geliebt, einfach das Spiel zu spielen, ohne wirklich jemanden zu töten, beziehungsweise, dass ich die Möglichkeit überhaupt habe, ein Spiel zu spielen, ohne halt, also wo ich eine Waffe zwar halte, aber ich muss halt nicht rumrennen und jedem einfach einen Kopfschuss verpassen, sondern ich kann ihn einfach, ja einschläfern ist ja töten, aber halt mit einer Dingenspistole, wie heißt denn das? diese Faser. Faser. Faser? Faser, ja, oder halt mit Gift, also mit diesem Schlafgift, halt schläfrig machen und die Schleichspiele sind sowieso eigentlich immer meins und deswegen habe ich nie verstanden, warum ich nie Hitman gespielt habe und ich habe das bei dir immer geguckt, auch jetzt Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, als du da deinen Marathon gemacht hast, mit Hitman fand ich richtig gut. Was mich jetzt leider nur stört an der ganzen Geschichte ist, also das stört mich natürlich nicht, das Spiel sieht extrem gut aus, mit guter Story offensichtlich und so eine Origins-Geschichte und so bei Hitman. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Nicht Absolution, sondern... Hitman heißt das einfach nur. Einfach Hitman, ja, das heißt wahrscheinlich, das ist der allererste Teil sozusagen, vor allem anderen. Die Geburt, Freunde, ja, sondern die Geburt. 20 Jahre vorher. Ja. Genau. Und das liebe ich ja auch und was mich nur daran stört, ist, dass das jetzt in Episoden rauskommt. Also wie kann man es denn so verkacken? Ganz im Ernst. Was sind die? Telltale oder was? Das ist doch kein Point and Click. Ja, aber es ist Square. Ich sage nur Square. Ja, okay. Square Enix, ja. Das war nicht Life is Strange, auch von Square, ja, ne? Ja. Ich glaube, damit haben sie ja dann auch angefangen, irgendwie... Ja, gut, aber das war ja doch ein... Das war doch ein Point and Click, oder nicht? So ein Derivat zumindest. Das war schon so eine Art Telltale, also... So ein Adventure. Telltale. Ja, es war so wie Telltale Games, ja. Garak ohne Witz, ja. Alle beiden passen wunderbar und du redest halt drei Stunden später und der kommt irgendwann der Sound an. Entschuldigung. Was kann ich denn dafür? Special Effects, Skype ohne Witz. Leute, wir haben echt 20 Minuten gebraucht, bis das überhaupt so zustande gekommen ist. Also verzeiht uns das heute. Ihr müsst bei Garak... Denkt euch einfach, wir drei haben Special Effects an und Garak nicht. Zu diesem Episoden-technischen, äh, technischen. Garak, wie siehst denn du das? Also du hast ja auch schon Life is Strange gespielt, also bist mit diesen Episoden mal in Kontakt gekommen. Wie ist denn da so dein Befinden? Ja, auch The Walking Dead zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Das war ja auch in Episoden, oder? Oder war das nicht in Episoden? Nee, das war nicht in Episoden. Doch, das war in Episoden. Aber die kamen auf einen Schlag, oder? Nee, 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 die waren getrennt. Ach so, dann habe ich sie zu spät gekauft, aber waren sie schon alle da. Jedenfalls, ja, ich finde das nicht gut. Dann bist du, also je nachdem, wie die Programmhersteller das machen, wenn du die Story so erzählst, dass du das in Episoden abschließen kannst und da kein Hangover ist oder irgend sowas, dann kann man das ja machen. Aber es spricht ja eigentlich gar nichts dafür, es so zu tun. Also, ich habe die Begründung nicht verstanden, oder es gibt ja anscheinend auch keine Begründung, warum die das in Episoden rausbringen. Ich verstehe es nicht. Also, ich finde es auch nicht so sehr angenehm. Vor allen Dingen nicht, wenn die Story in einem Stück irgendwie erzählt wird und dann einfach nur unterbrochen wird. Das war ja bei Life is Strange eigentlich der Fall. Dann macht das keinen Spaß. Ich habe also die erste Episode bei Life is Strange gespielt und dann habe ich gewartet, bis alle draußen waren und dann habe ich den Rest auf einmal gespielt. Das war dann angenehmer. Ich persönlich habe nur zwei Spiele gespielt, die in Episoden gespielt haben, die mir wirklich gefallen haben. Das eine war Walking Dead damals, weil es halt für mich was Neues war. Also ein Point and Click. Walking Dead 2 habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Aber Walking Dead 1 habe ich gespielt, aber auch am Stück, weil ich bin erst zu spät zur Party gekommen und habe dann erst damit das halt am Stück gespielt. Aber das erste Spiel, aber da war das halt eher noch als Experiment, habe ich das Gefühl gemeint, weil das halt ein Studio war, das halt, glaube ich, nicht so viel Cola hatte und deswegen irgendwie gucken musste, dass sie das irgendwie anders finanziert bekommen. Und dann finde ich das meiner Meinung nach tatsächlich legitim, war Alan Wake, das auch als Episodenspiel damals rauskam. Echt? Ja. Und du spielst es ja auch in Episoden. Du hast, glaube ich, ich weiß nicht, ob es drei oder fünf Episoden waren insgesamt, aber du hast immer halt diesen Bruch drin, wenn du irgendwie eine Episode durchgespielt hast und dann rollen nochmal die Credits durch und kommt ein richtig geiles Lied dann im Hintergrund. Ich habe ja den Soundtrack geliebt von Alan Wake und das Spiel war richtig gut. Ich meine, es kam halt von Rock, nee, nicht Rocksteady, von River, nee, weiß nicht, Rave, weiß ich nicht. Nordic, irgendwas mit Nordic. Nordic Games? Ja, Nordic Games. Ja? Ja. Die, die halt auch die ersten zwei Teile von, ach, Bullet, Time und so schießen, weißt du? Ich kenne mir den Namen nicht ein. Max Payne. So, Max Payne 1 und 2. Die haben die ersten beiden Teile auch gemacht. Sicher, dass das Nordic Games war? Äh, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe letztens Deadfall gespielt und da ging genau das Gleiche mit der Taschenlampe los. Das war, glaube ich, nur eher, also ich gucke, fix mal nach, erzähl ruhig weiter. Ähm, genau. Und da war das halt richtig gut. Es war einfach ein gutes Spiel und man hat halt gemerkt, okay, das ist halt ein Spielentwickler, der vielleicht einfach nicht die Kohle hat und deswegen müssen sie es halt an Episoden rausbringen. Weißt du, so wie man halt TV-Serien produziert anstatt Hollywood-Produktion. Man muss halt einfach nicht so viel Geld auf einen Schlag rausgeben, sondern halt kann die Episoden halt planen und kannst eine Pilotfolge rausbringen, gucken, wie es ankommt bei den Leuten und so. Dann macht es auch Sinn vom Marketing und so, aber, ähm, oder marktwirtschaftlich. Aber jetzt sich so darauf zu versteifen, wenn du eigentlich schon die Kohle hast, um ein richtiges Spiel in einem Stück rauszubringen. Und ich schätze einfach mal, Square Enix sollte die Kohle haben für einen Hitman. Hitman ist mittlerweile, von Teil zu Teil wird es ja eigentlich besser und bekannter eigentlich. Ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum sie es dann bei Hitman jetzt plötzlich auch in Episoden machen müssen. Da klingt dann bei mir so ein bisschen der, ähm, Bullshit, ähm, oder geht bei mir der Bullshit-Alarm irgendwie so im Hinterkopf an, dass ich glaube, dass da einfach nur ein bisschen der Kunde gemolken werden möchte. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht haben sie gerade kein Geld oder wollten für das Spiel nicht so viel Geld ausgeben und mussten es so machen. Es ist ja aber unterm Strich eigentlich gar nicht teurer. Also, ich glaube nicht, dass der Kunde da jetzt mehr bezahlt, ne? Also, unterm Strich ist das Game ja nicht teurer, als wenn es eben, ne? Ja, aber ich verstehe es auch nicht so recht. So, Telltale hat ja auch Games of Thrones rausgebracht, ne? Games of Thrones auch als Episoden, aber irre lange auseinander hatte ich so das Gefühl. Ja. So, dass ich, äh, ich hab mir das gekauft, ich hab die erste Episode gespielt und die zweite hab ich gar nicht mehr auf dem Radar gehabt, als sie dann irgendwann mal kam und irgendwie hab ich das dann nicht weitergespielt. Also, man verliert halt auch die Lust dran, ne? Oder Ufe Mangas. Was für uns von Telltale auch nicht unbedingt so das Highlight war. Also, ich spiel ja aktuell, spiel ich, äh, etwas, was, äh, in Episoden rauskommt und das ist, äh, King's Quest. King's Quest ist momentan die zweite Episode ist draußen, in fünf Episoden sind angekündigt und, puh, das zieht sich ganz schön, bis da was, äh, das nächste erscheint. Ich glaub, das erste hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hab ich damals im August, September gespielt, ähm, die letzte Folge ist letzten Monat dann erschienen. Also, es sind echt, ähm, Riesenabschnitte. Was ich aber bei so etwas, ähm, da stört's mich nicht. Weil, weil die Dinger in sich geschlossen sind. Also, bei King's Quest ist es wirklich so, das erste ist komplett in sich geschlossen. Es wird zwar eine Geschichte von einer Person erzählt, aber, äh, die vom Alter her dann, ne? Immer älter wird und immer älter wird und es ist in sich geschlossen. Das finde ich gut. Wie sie das bei Hedgehammer machen wollen und wie groß die Intervalle sein werden, da bin ich gespannt. Wie lang, wie groß sind die Intervalle, bis das nächste kommt? Das finde ich jetzt bei so einem kleinen King's Quest, stört mich das nicht. Bei einem Hitman stört mich das dann schon, wenn ich, äh, weiß ich nicht, erst in einem halben Jahr die nächste Episode spielen kann. Ist das dann auch nur eine, eine Karte? Oder sind das zwei Karten? Also, da kann ich mir, ich... Einzelne Mission. Einzelne Mission. Ja, und also rein, rein von der, rein von der Theorie her, wenn wir Eidos, äh, Eidos, äh, seiner Saga folgen, würde es zwischen zwölf und 15 Missionen geben. Und es gibt pro Episode eine Mission, soweit ich das jetzt weiß. Nee, wirklich? Also, es ist jetzt im März, soweit ich... Bitte nicht an Prang erstellen, aber März, und dann im April die nächste, und dann im Juni ist eine angekündigt, und danach ist alles offen. Irgendwie, irgendwie so... Wie gesagt, Leute, sowas ungefähr in dem Dreh, aber Angaben ohne Gewehr, das war nicht vom Publisher. Aber, ja, King's Quest zieht sich ja sowieso ein bisschen. Ich hab die erste Folge 1984 gespielt. Och, Kara, komm doch jetzt nicht wieder so. Heute wollte ich dich mal jung darstellen, Mensch. Du hast Deadpool gespielt. Hab ich mir gekauft damals. Also, ich find das ist, äh... Ich glaub für ein C64. Ich weiß nicht, was ich... Ich find, ich find das, ähm... Ganz ehrlich? Mich scheißt dieses ganze Episodenzeug an. Also, äh, wenn ich... Ich will das... Ich will das sofort spielen. Entschuldigung. Äh, wenn ich das kurz mal, äh, von, von Boggy, seinem, äh, Twitter, ähm, aufgreifen darf, wo ist der Unterschied zwischen, äh, Serien und Spielen, äh, wenn es um Episoden geht? Ich mein, bei Serien ist es ja genau dasselbe, im Endeffekt, ja? Darum guck ich ja keine. Äh... Ich warte, bis alle rauskommen, und dann guck ich sie mir auf einmal an. Remedy. Alan Wake war von Remedy. So hieß die Firma. Äh, Nordic... Äh, Nordic Games war für die PC-Portierung, äh, damals zuständig. Also, sie sind da auch mit dabei gewesen. Danke, Wilke. Aber bei den Serien ist das auch so ganz komisch. Also, äh, Netflix ist ja da rausgebrochen und hat dann Serien produziert und die auf Einschlag quasi online gestellt. Allerdings machen sie das auch nicht bei allen Dingen. Letzten Donnerstag ist neu gestartet, die zweite Season von Better Call Saul. Äh, sehr zu empfehlen. Und, äh, die kommt jetzt... Ne, Mittwoch war das. Letzten Mittwoch. Und, äh, die kommt jetzt quasi jeden Mittwoch, die zweite Season, ne? Also, einmal... Man muss halt neun Wochen warten, was sind neun, neun Folgen. Und man muss halt neun Wochen warten, bis man dann alle hat, wenn man sie alle auf einem Stück gucken will. Also, die gehen da wieder zurück. Der einzige Vorteil ist, gegenüber Fernsehen, dass man den halt dann gucken kann, wann man will, ne? Das ist ganz angenehm. Und bei den Games war sie nicht, also... Sie waren für die Portierung, äh, Gorsi. Kamio Nippels, äh, Don, Zitat, Twitter, Kollege Schnürschuh. Lies mal bei Nordic Games auf der Seite. Ähm... Aber das Ding ist halt, äh... Ich verstehe es halt wirklich auch, bei Hitman tut's mir wirklich weh, muss ich. Ich kann's ehrlich sagen, weil ich seh da irgendwo nicht den Sinn dahinter. Also, ich mein, ich kann's mir ja bei Walking Dead vorstellen. Okay, Walking Dead kommt in Episoden raus. Life is Strange kommt in Episoden raus. Und dann kannst du jedes Mal ne neue Story aufbauen. Aber Hitman, äh, also bei nem... Bei nem Triple-A... Bei nem Triple-A-Titel, äh, what? Also, ich versteh das nicht. Das ist auch das für mich, bei solchen Indie-Sachen oder bei so kleineren Sachen, die einfach in sich geschlossen sind, da funktioniert das für mich. Finde ich gut. Ist okay. Kann ich mich mit abfinden. Dann warte ich halt auf Kings Quest. Bis das Nächste rauskommt und freu mich dann. Dann hab ich, weil... Ich hab dann so meine vier bis sechs Stunden hab ich dann doch damit zu tun. Aber nicht bei nem Hitman. Ich bin doch dann angefixt. Ich will doch dann... Äh? Äh, äh... In einem Monat weiß ich doch schon... Äh, wie hab ich das... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö und jetzt ist halt wieder, da könnte man wieder philosophieren, was haben die für einen Einfluss auf den Markt also ganz ehrlich wenn das mit den Computerspielen passiert oh, dann bin ich ganz schön traurig also das würde mich wirklich ärgern weil dann musst du halt noch ein Jahr länger warten, bis du alles spielen kannst zum Beispiel und das würde mir echt sauer aufstoßen jetzt stellt euch mal vor ihr spielt GTA zum Beispiel in Episoden könnte ich mir sehr gut also was sie das machen tatsächlich, GTA 6 in Episoden ja, aber GTA das wahrscheinlich größte und bescheuerste Open World Spiel und dann in Episoden wenn es Sinn macht, wenn sie das Episoden System so implementieren, dass es tatsächlich Sinn macht, sagen wir du spielst die Team GTA 6 in 5 verschiedene Episoden und jede Episode spielt in einer anderen Stadt zum Beispiel das wäre nicht möglich, weil es ein Programmieraufwand wäre oder nur als Beispiel halt dann würde es tatsächlich Sinn machen weil dann kannst du quasi vier Episoden in vier verschiedene Städten machen und dann die große letzte Episode die alles zusammenführt oder vielleicht vier Episoden mit verschiedenen Charakteren so wie sie es jetzt halt in GTA 5 gemacht haben hast drei Protagonisten die du die ganze Zeit spielen kannst die machen es episodenweise dass du halt jede Episode in anderen Charakter spielst und dann erst in der fünften alle und dafür dauert dann die aber die fünfte Episode oder quasi wie ein Vollpreisspiel oder so ne sowas würde ich mir voll cool vorstellen können wenn es Sinn macht aber einfach nur ihr habt ihr 20 Missionen für jede Mission bitte 10 Euro danke, tschüss das ist Schwachsinn und das Abzocken also da brauchen wir uns nichts zu erzählen ich weiß nicht den Einzelpreis dafür aber ich habe die 60 Euro Version da ist alles drin also dafür kriegt man alles werden wir sehen aber jetzt mal ganz kurz sie haben also es heißt sie brauchen ja die Kohle ne das hat ja nie einer gesagt doch doch irgendjemand hat das auch gerade ja es hieß dass sie das weil ich meine logisch gesehen ist das ja eigentlich dann mit der Frechheit weil du bezahlst von vornherein den festen Preis ne und dann heißt es so mittendrin ja das ist halt doch nicht haben halt doch nicht zu genug Leute das Ding gekauft statt 12 gibt es halt jetzt nur 6 also entweder Publisher oder Entwickler die da ein Statement zu geben alles was im Internet steht ist meiner Meinung nach eh nicht aussagekräftig meiner Meinung nach weil entweder Eidos oder Square die müssen dazu was sagen und das werden sie sicherlich nicht tun ich warte auf diesen Moment wo man so sich irgendwo mal so einen Season Pass kauft oder einfach das Komplettpaket ne und das zieht sich dann über eineinhalb Jahre hin und dann fehlen die letzten ein, zwei ich warte auf diesen Eklat warte ich dann hat sich das Ganze nämlich sowieso erledigt im Leben nicht ja also Eklats gab es schon bei jeder Marketingstrategie und trotzdem hat sich nichts geändert das bezweifle ich stark dass wenn nur einer irgendwie auf falls ich dich jetzt richtig verstanden hab nur weil einer damit also ich hoffe dass da einfach nicht mehr auf diesen neuen Trend aufspringen boah Final Fantasy in Episoden kommt doch jetzt Final Fantasy 7 das hat der Remake kommt in Episoden das wollte ich grad das 7 da bringen sie auch in Episoden raus das wird auch noch ein Batman geben von Telltale aber ja aber das ist Episoden bei Telltale ist eigentlich okay also da finde ich das auch nicht war das schlimm weil das ist ja das ist ja eher wie Kino gucken mit Klicken die haben das von vornherein auch so gemacht das ist in Ordnung das bin ich gewohnt von Telltale ich weiß was ich da bekomme aber nicht so was wie Final Fantasy dann dieses Remake ich hab die Sachen gesehen und ich so ich will spielen ich will spielen was ich glaub letzten letzten Monat hab ich's gehört was Episoden ja toll das Problem ist ja warum wir eigentlich auch darüber reden oder warum ich darüber reden möchte dass der Markt generell sehr komisch ist aktuell also wenn ihr mal diese ganze Kickstarter Early Access Episoden also ganz ehrlich ich zähle Episoden genau in diesen Kack auch mit rein wir haben nicht genug Geld wir wollen erstmal dann für unsere Produktion Geld bekommen und dann machen wir weiter was ich würde es nicht per se kackeln also nee es ist ja sowas wie Kickstarter aber das ist legitim finde ich weil sonst würde es viele Spiele gar nicht geben das ist das ist richtig also für mich ist das ich hatte letztens schon mal darüber gesprochen für mich ist das so ein wie soll ich sagen wie nennt man das die Medaille hat zwei Seiten und die eine ist ein bisschen mehr mit Code eingerieben als die andere weil es geht halt nicht meiner Meinung nach es geht nicht genug Positives hervor daraus und es gibt zu viel Müll und das ist halt wie sag ich mal Early Access also ich persönlich weiß nur dass Early Access zum Beispiel mit DayZ angefangen hat das weiß ich ich kenne keins keins vorher da gab es bestimmt noch irgendwas anderes vorher aber auch da ging das nachher los Minecraft Minecraft war das Spiel was erfunden hat mehr oder weniger Minecraft war das es gab davor auch schon also das ging ungefähr 2004 an 2004, 2005 da gab es die ersten Games das der Name hat sich halt immer geändert also es war eben nicht Early Access oder so was man damals gesagt hat aber das war eben schon letztendlich eine Art der Finanzierung über die Gamer indem man nämlich damals angefangen hat die Beta-Phasen oder Alpha-Phasen zu verhökern und das ist ja letztendlich nichts anderes heute gibt es ja mittlerweile viele Spiele wo die Leute animiert werden Beta zu kaufen oder Alpha um ganz am Anfang dabei zu sein aber die werden nie fertig oder wenn sie fertig werden dann spielt sie keiner mehr weil dann werden sie einfach released aber das ist der Firma dann auch egal weil sie haben die Kohle sowieso schon im Sack und das Zeug wird dann nicht mehr gepflegt und stirbt dann halt das sind eben die zwei Seiten eben also das Ding ist halt mal wirklich euch gefragt findet ihr nicht dass der Haufen an Mist größer ist als der positive ja aber das Schöne ist im Markt am Markt ich kann den Haufen des Mists einfach umschlängeln und kann direkt zum Gold hinlaufen wenn ich gut genug aufpasse ich würde gar nicht die Firmen anprangern oder die die das machen das ist eine legitime Methode Geld zu verdienen finde ich also rein wirtschaftlich gesehen sehe ich da überhaupt kein nichts Schlimmes dran das Schlimme sind die Fanboys die das kaufen ja also und und jedem jedem Strohhalm hinterherrennen und letztendlich das Geld dafür ausgeben was heißt die Kunden es gibt einfach viel zu viele Leute die sich die sich von dem Hype einfach überzeugen lassen ja aber das ist ja persönlich selbst schuld also ich meine wenn man einem Hype erliegt ist man halt selbst schuld also ich sehe da eher die Käufer sind das Problem wenn es keiner kauft gäbe es das gar nicht das stimmt aber das ist ja immer so wir quatschen jetzt hier ein paar Leute gucken zu das aber wir alle also Zuschauer und wir wir vier wir sind halt der der Kern wie die sie eigentlich hier alle zwei Wochen hier sagt wir sind ein besonderer Kern die das Groß an Geld wird woanders verdient und nicht hier bei uns bei den Leuten die sich als Gamer bezeichnen sondern die die dann ja wollen wir direkt zum ähm großen Thema weil wir es gerade genannt haben ähm kurz mal rüberschneiden und über HNZ1 reden weil das interessiert mich doch sehr auch wenn ich gar keine Ahnung davon hab aber was die da jetzt schon wieder abgezogen haben finde ich völlig intim nochmal die Kuh zu melken oder was wieso die Kuh melken du musst ja nichts bezahlen ich 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 weiß nix was wie du musst nichts bezahlen du kriegst beide Spiele wenn du es gekauft hast achso ja gut wenn du es gekauft hast und jetzt aber wenn du es nicht gekauft hast musst du beide Spiele wieder für 20 Euro kaufen ja oder halt nur eins ja jeweils das war aber doch das war aber war nicht HNZ1 mal so geplant dass es nur Early Access als für die Unterstützer gibt ja natürlich und wenn es einmal raus ist dann ist es Free to Play ja natürlich war das nicht mal der Plan das war der Plan ja aber Pläne ändern sich ja auch ständig das stimmt komisch könnte man die Unwissenden kurz aufklären HNZ1 kennst du ja 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 es wurde jetzt aufgeteilt in einmal Battle Royale und einmal in das normale also nicht mehr im selben Client sondern separat sie haben quasi zwei Spiele draus gemacht was ich auch gar nicht gar nicht verkehrt finde also grundsätzlich ist das sogar eine gute Idee finde ich eigentlich auch das Problem ist nur dass du wieder beides kaufen musst also weißt du wenn du wenn du naja also die die bisher ja aber die die bisher das gekauft haben also die HNZ1 gekauft haben die bekommen ja beides das heißt da gibt es ja gar keinen Complaint das ist ja einfach ähm ich finde das sehr sauber gemacht und wer es nicht gekauft hat bisher als Early Access weil er das nicht unterstützen wollte oder bla 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 ja der muss halt das kaufen was oder eben keins aber ich finde es jetzt nicht schlimm also ist eigentlich ein kleiner Bonus für die die es bis jetzt unterstützt haben die was bezahlt haben die kriegen halt das andere jetzt dazu ja gut aber hast du ja vorher auch ja das ist das Problem was ich dabei nur sehe ist halt dass das der totale Arschmove des Jahres ist naja aber was kosten denn die anderen beiden 20 ich gucke mal ja weil das hat auch vorher 40 gekostet also ich meine das ist doch nicht nee nee 20 20 es hat schon immer 20 ach war das immer 20 bist du sicher ja ja ich habe es für 20 gekauft und jetzt komme ich mir für 20 nur den Battle Royale also ich sehe das jetzt nicht so hm weiß ich nicht ich finde jetzt mal abgesehen davon ist 20 Euro viel zu billig für so ein Game was also ich sehe da jetzt gar kein Problem also 20 Euro kostet das jeweils ja Just Survive 1999 und King of the Hill Battle Royale kostet auch 20 Euro aber das ist ein fertiges oder ist das jetzt schon wieder Early Access das ist Early Access nee das ist das ist nie fertig das andere ist Access ich finde die Preise so das war als ich meine ich als Consolero ja okay du als du als Consolere darfst da gar nichts über die Preise sagen na wieso ich kriege fertig ich bezahle den Preis für ein fertiges Spiel weil deine Games 80 Euro kostet ja nee ja gar nicht also 60 also 60 ist der normale Preis für ein normales für ein Playstation 4 Spiel aber da kriege ich ein fertiges Spiel an dem nicht noch ein Jahr eineinhalb Jahre lang rumgedoktert wird wo Sachen rausgenommen oder reingenommen würden und darum war das als ich dann zum PC mal wieder zurückgekommen bin da habe ich gesagt was ist denn Early Access ah ok vorab ok das ist ja was kostet das 20 25 Euro dafür dass das Ding noch nicht fertig ist ja das finde ich jetzt schon ordentlich also das finde ich nee also ich schon du wohnst doch in also ich meine gerade in dem Land in dem du wohnst ist doch alles wesentlich teurer also 25 Euro für ein Game ja 25 Euro für ein Game selbst wenn es Early Access ist finde ich lächerlich billig also da habe ich eine völlig andere Wahrnehmung ja also ganz ehrlich ich finde es auch billig das Problem ist einfach nur ich finde den Mu also das was sie da draus gemacht haben total bescheuert dass sie aus einem 20 Euro Spiel zwei 20 Euro Spiele machen super also das ist schlau also wirtschaftlich ist doch schlau ja wirtschaftlich aber was ist denn das wir also ganz ehrlich das ist doch so okay you know what pass auf hier geh leise heulen kauf das oder lass es ja und das Schlimme ist ja genau oder lass es ja richtig aber das Schlimme ist die Leute kaufen es wieder und ich finde ich finde diesen der Move pass auf der Move ist genial okay du kannst ja sagen was du willst du hast genug Kohlen gemacht weißt du was wir haut noch mehr auf die Kacke hier wir spalten das einfach auf du 20 du 20 let's go mehr Geld und dann stehst du da ich finde das total genial der wirtschaftlich gesehen business technisch wahrscheinlich al dente ja das so zu machen aber so aus meiner Sicht als Streamer verstehe ich nicht finde ich total bescheuert finde ich richtig bescheuert weil sie ja eigentlich zusammen gehören ja eben das ist genau so wie sie von Sony weggegangen sind und Daybreak aufgemacht haben und jetzt kommt die haben in dem Moment die sind nicht von Sony weggegangen Sony hat sie einfach abgestoßen ja oder so deswegen müssen sie sich umbenennen aber es ist immer noch der gleiche Verein wie Sony Online Entertainment und da muss ich sagen wen überrascht das überhaupt weil die haben schon seit glaube ich 20 Jahren ziehen die die gleichen Mist immer und immer wieder ab bringen unfertige Spiele raus EverQuest 2 Vanguard wären nur zwei Beispiele dafür und bringen nie irgendwas zu Ende die haben doch nie was zu Ende gebracht das ist wie Peter Moulineux nur als Unternehmen der Typ von von Godos macht er jetzt gerade zum Beispiel hier wer hieß denn dieses Gottspiel mit der Hand Black and White Black and White genau der verspricht immer Sachen bringt das raus keiner hat Bock mehr darauf und dann macht er wieder die nächsten Versprechungen und keiner glaubt ihm mittlerweile Team Park Team Park Hospital ist von ihm der hat irgendwann mal ein Spiel vernünftig gemacht und danach nur noch Versprechungen gebracht und genau so ist halt Sony Online das waren sie schon immer und deswegen ich hab schon bei HNZ1 gesagt alle haben es gehypt bis zum Ende aber die meisten die es gehypt haben das waren halt Streamer bei denen es eigentlich klar ist die haben naja ich will nicht sagen Kohle aber Zuwendung bekommen die wurden schön eingeladen wurden schön rumgefahren haben schön Swimmingpool Aufenthalt oder eine Massage bekommen und konnten dann schön über das Spiel halt erzählen in irgendwelchen Talkshows oder haben es halt in ihren Streams für einen Monat lang oder so gezockt das ist jetzt genau so guck dir mal an wer jetzt alles die ganzen HNZ1 Sachen macht das sind eben genau die ich will jetzt keine Namen nennen aber das sind eben genau die Streamer jetzt gerade die immer so Spiele spielen die gerade gehypt werden ja und das ist immer so bei Sony Online und deswegen ich würde denen nie wieder was glauben wenn die dann das nächste Mal mit irgendwas einkommen und es tut mir leid dass ich mich so sehr darüber aufrege aber ich hab mich damals schon bei Ewa Quest 2 so aufgeregt und das ist heute meine Plattform um damit abzurechnen deswegen muss ich das mal sagen so jetzt bin ich auch fertig also ich ich finde den finde das völlig in Ordnung weil ich bin da auch absolut kein Fan von ich bin sehr ich mag das Spiel und ich mochte es auch und sie haben wirklich sehr viel Zeit reingesteckt und haben auch wirklich dran gearbeitet ja also man man sieht immer noch den den Progress da drin man sieht es wirklich ja im Gegensatz zu DayZ also wenn man sieht dass man vergleicht ist 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 H1 Z1 Lichtjahre vorwärts gegangen also da wird wirklich dran gearbeitet eben also sie machen wirklich die geben also das Geld was du ausgibst oder was sie bekommen das arbeitet auch man sieht es aber trotzdem jetzt am Ende noch also naja diejenigen die das von vornherein in den Schutz haben haben ja gar kein Problem und diejenigen die neu anfangen wollen die müssen sich halt entscheiden oder sie kaufen halt ein Game für 40 Euro und das ist immer noch kein Geld also 40 Euro ist ja okay also Standardpreis für ein Game also ich finde jetzt 20 Euro nicht so wahnsinnig teuer also das weiß ich nicht ich würde nur Battle Royale kaufen dann also dieses Service Gedöns brauche ich sowieso nicht ich spiele eh wenn ich H1Z1 spiele dann sowieso nur Battle Royale weil das ist einfach genial ich also ganz ehrlich die Preise die stören mich gar nicht also ich sage auch zu zu Leuten die sich für 50 Euro Black Desert kaufen so wie ich und ich finde es in Ordnung wenn man das Spiel mag egal aus welchem Grund dann kann man also meine Grenze sage ich ganz ehrlich ist 60 Ocken 60 Ocken ist für mich Standardpreis was mich halt immer nur sehr stört ist Kickstarter und Early Access da also Squad musste man damals glaube ich für 45 Euro kaufen Early Access keine Ahnung was das jetzt kostet Uno Momento Patverboros ich will nichts Falsches erzählen Squad kostet 36 Euro also für Early Access ist das so ein taktischer Schuh ich finde das die Preise mittlerweile ja die also wir nähern uns langsam so Vollpreistitelpreisen das ist das was ich gemeint habe und das das ist so ja aber doch nicht mit 25 Euro ne aber so 36 früher haben wir so 10 bezahlt 15 jetzt sind wir schon bei 36 dann haben wir auch schon wie viel war Neville Action nochmal Entschuldigung 45 Neville Action kostet jetzt auch wieder 36 haben sie wohl angepasst dann hat vorher auch irgendwo eine 40 gekostet das finde ich schon mittlerweile ein bisschen frech also das finde ich wirklich schon frech meine Grenze ist übrigens auch so bei 50 bis 60 Euro was PC Games angeht allerdings sieht die etwas anders aus bei Add-ons in der Flugsimulation wir diskutieren hier über Minimalgeld ja wenn man Flugsimulanten fragt die werden sich auf den Boden legen und kugeln sind ja aber auch keine Spieler womit wir hier Probleme haben da kostet mal eine Triple Seven ein Flugzeug 149 Dollar und das das ist das ist völlig normal allerdings ist natürlich auch die Zeitspanne wo man sowas benutzt wesentlich länger so einen Flieger benutzt man halt 10 Jahre also das weil sich da die sind halt kompatibel so lange ja und das ist dann natürlich ein anderer Schnack aber ich habe im Übrigen ein einziges Mal für ein Kickstarter Game ich glaube 129 Euro bezahlt und zwar war das Star Citizen das glaube ich das Game ist das am meisten Kohle bisher über Kickstarter und nachher über sich selbst die Kickstarter Kampagne lief ja nur eine kurze Zeit aber es läuft ja nach so einem ähnlichen Prinzip weiter bei Star Citizen kauft man sich halt ein Raumschiff mit dem man in dem Game spielen kann und das Raumschiff kostet halt Geld und und da kann man halt wählen entweder nimmt man so eine kleine Gurke für 35 Euro oder 39 glaube ich ist das günstigste oder man nimmt eine für 6000 Euro was man durchaus machen kann dann bekommt man allerdings auch ein Essen mit dem Spieleentwickler aber und noch andere Nettigkeiten aber wie gesagt es bleibt ja jedem frei also ich finde man sollte sich nicht darüber aufregen über Preise solange es jedem freigestellt ist ist zu tun oder nicht also ich habe ja kein Recht daran oder ich ich sehe es nicht so dass ich ein Recht darauf habe dass mir ein Spieleentwickler ein Spiel vor die Nase hält und mir das für möglichst billig Geld zu geben hat daran habe ich kein Recht und deswegen sehe ich das auch nicht so kritisch und im Chat schrieb einer ich habe zu viel Geld nein habe ich nicht ich bin sogar unheimlich geizig ja ähm aber ich weiß wo Menschen Arbeit leisten muss Geld fließen und äh was immer vergessen wird ist gerade in der Gaming-Industrie dass die Programmierer die dahinter hängen Hungerlohn kriegen weil sie gar nicht mehr bekommen können weil diese Spiele sowieso alle raubkopiert werden und dadurch sind die Preise ja so hoch ja das ist übrigens auch ein Grund den die Spieleindustrie dauernd anfügt allerdings aus einem anderen Grund nach meiner Meinung die begründen diese Raubkopiererei damit damit sie noch höhere Preise bekommen können das ist eine falsche Sichtweise aber das Resultat ist das gleiche also ich weiß nicht ich sehe das sehr differenziert was die Preise angeht und diese diese Art und Weise wie man zu dem Geld kommt manche Spiele ich glaube manche Hersteller sind auch gar nicht in der Lage ein Game das wirklich Millionen kosten kann oder kostet ja in einem Stück finanziert zu bekommen von der Bank kriege ich kein Geld wenn ich wenn ich zu einer Bank gehe und sage ja ich will mal ein Kings Quest 3 machen und so habe ich voll Bock drauf und da gibt es garantiert auch 100.000 Leute die das kaufen die schmeißen einen sofort raus ja also die Finanzierung über normale klassische Wege sind für die Gaming-Industrie so gut wie null ich muss persönlich sagen ich finde Kickstarter oder Crowdfunding an sich auch eine sehr sehr gute Sache sogar da gibt es sehr sehr viele Beispiele wo einfach richtig gute Spiele dabei rausgekommen sind zum Beispiel ja Star Citizen ist noch nicht draußen aber Broken Age zum Beispiel ist einer der ein Beispiel oder Pillars of Eternity was im Prinzip das perfekte Spiel geworden ist einfach nach einer Zeit von daher das ist an sich eine legitime Methode klar kommen dann die Idioten wieder aus ihren Löchern und versuchen das auszunutzen und Leute werden über den Tisch gezogen sogar im schlimmen Maße natürlich gibt es Beispiele wo Leute plötzlich irgendwie oder ein Spiel versprochen haben dass allen irgendwie das Herz höher hat schlagen lassen und Leute haben da Geld reingepfeffert und dann ist der Typ mit dem Geld einfach abgehauen die Geschichten gibt es natürlich aber so wird es halt weiß ich nicht in anderen Lebensbereichen auch ausgenutzt dass Leute leichtgläubig sind natürlich gehe ich da leichtgläubig rein aber deswegen das sind nur die Beispiele die daraus quasi jetzt das gemacht haben was es hoffentlich jetzt so langsam wird oder mittlerweile geworden ist dass du halt nirgendwo mehr Geld reinsteckst nur weil jemand irgendwie einen kleinen Text dahin setzt sondern du musst heute und ich finde das ist auch bei early access wichtig das ist bei allem wichtig wenn du ein nicht fertiges Spiel bekommst dann muss zumindest das Spiel was du schon vorlegst bei early access oder bei crowdfunding dann muss es trotzdem schon nach was aussehen du kannst da jetzt nicht so ein Strichmännchen hinmalen das sich bewegt und ich shoppe voll die coolen Ideen ja so ein ja und dann ja keine Ahnung dann weißt du ja eigentlich schon dass du verarscht wirst von daher ich finde es gut weil wenn du vergleichst wenn du das vergleichst mit wie es früher war da konnten halt nur wirklich die Firmen gute Spiele rausbringen die wirklich das Kleingeld hatten und alle anderen ja und heute haben wir einfach einen Informatiker und Programmiererüberschuss und die müssen halt irgendwas machen und die müssen sich irgendwie finanzieren und die setzen sich einfach hin programmieren Spiele und alle sind glücklich ja das stimmt das Geld muss halt irgendwo herkommen von daher also jetzt gerade von Tim Schäfer das Broken Age aber ich glaube durch Tim Schäfer ist das damals auch so ins Reden auch richtig gekommen das und diese Konsole bei Kickstarter Uia ja genau diese beiden Sachen haben das Ganze erst Uia war zum Beispiel ein schlechtes Beispiel ja aber hat die ganze Sache erstmal bekannt gemacht aber Tim Schäfer Broken Age ist niedlich also ich hab's ich hab auch dieses Pillar das ist Pillar of Eternity das ist richtig gut und das Schöne ist dass sie genug bekommen haben dass ich als Consolero dass es auch eine Konsolenportierung gegeben hat was ja für Ark auch anscheinend ist ne es ist halt ich weiß nicht keine Ahnung ich seh halt immer das ist wie man sieht das Ding ist es gibt so viel Haufen mit Mist ja natürlich aber so ist das im Leben doch auch für jeden coolen Menschen der geboren wird werden zwei Idioten geboren sind aber das heißt noch nicht dass du dich mit den Idioten umgeben musst einfach nein aber es gibt genug bitte es gibt auch genug Spiele die so produziert werden die einfach absoluter Müll sind also da ist das da seh ich das ja aber ist das schon echt viel da das stimmt schon wenn man da mal guckt Batman Batman ja Batman war Batman war wuh also PC-Portierung war richtig gut aber habt ihr da nicht irgendwie Angst dass das dass das irgendwie voll gegen Baum gehen ich seh das immer ich hab da so einen Magengrummeln also ich bin ganz ehrlich ich würd für ein PC-Spiel wenn das fertig ist meinetwegen 3, 4, 5 Bugs das krieg keiner hin dass das bugfrei ist das stört mich auch überhaupt nicht aber das Ding kommt raus das kostet 80 Glocken und dann bam hast du das Spiel und dann löppt das und du musst keine 3 Jahre dir diese scheiß Entwicklung angucken wer will diese Entwicklung sehen also ich will die Entwicklung nicht sehen ich will das spielen aber dann ich kann es auch verstehen aus einem finanziellen Aspekt nehmen wir jetzt einfach mal Witcher ich weiß nicht was Witcher gekostet ich glaub 80 Millionen haben wir eingenommen bei Witcher und gekostet hat 20 oder sowas Pi mal Öre ich weiß das kann ja 20 Millionen ob es Hash hat weiß ich aber was interessiert mich das wo die die Kohlen herkriegen mich interessiert das doch auch nicht wo Garak seine Kohlen herkriegt dass er jeden zweiten Sonntag hier sitzt das ist mir doch Wumpe wisst ihr wie ich meine das will ich doch gar nicht sehen also Garak nächste Woche bringst du mir mal eine Aufschlüsselung von deinen Sachen und dann willst du hier machst du mal einen Vlog und dann zeigst du mir alles und dann gebe ich dir ein bisschen Geld das du Internet hast das du in zwei Wochen hier sitzt ja also ganz ehrlich ich bin halt noch so ein Mensch der da wahrscheinlich im Kopf noch nicht weit genug ist und offen genug ist für neue Sachen der sich sagt ich will das gar nicht sehen und das Problem ist du kommst damit ja in Kontakt aufgrund der Tatsache dass du ja irgendwie als Spieler die Dinger mal spielen musst aber weißt du wie lange CD Projekt daran arbeiten musste damit sie erst Witcher 3 rausbringen mussten sehr lange natürlich und die haben nicht angefangen mit Witcher 1 die haben angefangen mit Spiel früher als sie in den 80er Jahren mehr oder weniger Raubkopien quasi von 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 Bioware Spielen an den Mann gebracht haben quasi also gebrannt als die ersten quasi das war nicht Brenner aber CD Press oder nicht 80er 90er als Bioware die ganzen Bolgers Gate und so rausgebracht hat oder ja genau und dann haben sie quasi angefangen die Spiele ins Polnische zu übersetzen haben damit quasi auch noch Geld verdient und dann ist erst Bioware auf sie zugekommen und gesagt wollt ihr nicht vielleicht die offizielle Übersetzung von unserem Spiel machen und so hat sich erst CD Projekt überhaupt entwickelt das heißt entweder du hast jetzt einen Programmierer mit einer Vision der vielleicht schon ein erstes Spiel Konzept fertiggestellt hat das richtig gut aussieht wo du dem der das vernünftig erklärt und dir zeigt hier das ist mein Spiel The Witcher das basiert auf dieser Vorlage und das habe ich ungefähr geplant möchtest du mir vielleicht Geld dafür geben damit ich es jetzt zu Ende bringe oder aber er muss 20 Jahre hart arbeiten um sich erst zu verdienen damit er überhaupt Witcher 1 rausbringen kann und dann langsam sich erst hocharbeitet also ich persönlich muss sagen in manchen Fällen fände ich die Abkürzung über Kickstarter besser als 30 Jahre erst an etwas zu arbeiten und dann erst damit rauszukommen muss ich persönlich sagen aber ihr seht das Problem auch nicht glaube ich ihr seht das aus der Sicht eines Gamers eines Konsumenten naja wir reden ja auch bei Games ja ja aber ich sehe das aus der Sicht eines Unternehmers sagen wir mal so und ich kann ich kann sagen dass die herkömmlichen Wege ein solches Projekt zu finanzieren nicht mehr offen sind seit 2008 ist das spätestens vorbei und die Bankenkrise hat wirkliche Probleme verursacht also gerade für Investitionen in irgendwelche Gebiete und da geht das nicht nur um die Spiele Industrie sondern es geht eigentlich um alle Bereiche das ist also nicht ein einzelnes Phänomen jetzt im Spiele Sektor und im Spiele Sektor ist es relativ einfach wobei es natürlich auch Kickstarter für viele andere Geschichten gibt Kickstarter ist quasi eine Folge daraus dass es eben keine Finanzierungsmittel mehr über herkömmliche klassische Banken gibt weil die Banker haben ja nie begriffen was die Leute gemacht haben die sie finanziert haben aber es ist inzwischen noch viel schlimmer dass sie es nicht nur begreifen sondern sie machen es einfach auch gar nicht mehr weil es so viele Kriterien gibt ich empfehle da die Lektüre von Basel 2 oder 3 und also es gibt natürlich auch also es gibt jede Menge Lektüre zu das ganze Ding ist also nicht eigentlich ein Problem wo die Publisher sagen wir ärgern mal unsere Gamer wir machen jetzt hier mal Early Access und verarschen die sondern es liegt rein an der wirtschaftlichen Finanzierung oder der Machbarkeit einer Finanzierung für so ein Game wir reden hier auch über Game man muss sich mal vorstellen wie ein normaler Banker das sieht ja also das ist kein Haus was er finden kann oder es ist ein Game und deswegen finde ich das absolut legitim und das war auch eine logische Konsequenz dass irgendwann vor allen Dingen kleinere Game Buden das hat ja mit den kleineren angefangen versucht hat irgendwo am Markt was zu bekommen es gibt ja sogar Fernsehwerbung mittlerweile ich weiß nicht wie das heißt Ox Money oder so ja ich glaube wo man im Grunde genommen wenn man wenn man irgendwo was finanzieren will oder so geht man nicht zur Bank sondern holt sich über Ox Money weil das ganz viele Leute wollen die ein bisschen Zinsen machen bla weiß nicht ob ihr das mal gesehen habt wahrscheinlich gibt es eine Webseite zu müsst ihr euch angucken ihr guckt ja kein Fernsehen aber ich habe es ab und zu gesehen Ox Money also AUX Money da ist das das gleiche Prinzip nur in einem anderen Bereich da wird die Hausfrau angesprochen die braucht eine neue Waschmaschine aber sie hat die Kohle dafür nicht also leitet sie sich das von mehreren Leuten und zahlt dafür dann halt Zinsen ja also das sind so wie diese Mikrokredite in Indien wo also Kleinstunternehmer die Wäsche waschen ja also oder irgendeine Näherin oder so die bekommen so Mikrokredite für Gleiche und ich glaube da steuert die Gaming Industrie hin und deswegen und die Folge davon sind dann halt diese Early Access Gamers und so weiter nur ganz große Spiele Buden sind in der Lage das selbst noch durch zu finanzieren wenn ich mir so Spiel wie Star Citizen anguckt das über 100 Millionen kosten wird und der hat schon über 100 Millionen eingesammelt bei den Mini was beeindruckend ist aber Chris Roberts glaubt man halt auch also es ist nicht der Sänger sondern der Programmierer der ist halt sehr bekannt in der Szene und ja ist das eigentlich eine logische Konsequenz ich glaube die grundsätzliche Idee ist nicht den Gamer zu verarschen oder ihn über den Tisch zu ziehen bei Kickstarter manchmal geht sowas natürlich in die Hose also dann bleiben die auf der Strecke weil nicht genügend Kohle kommt und dann ist Ende Gelände und das ist halt das Risiko was man trägt das hat sonst eine Bank getragen und jetzt trägt das die Gemeinschaft darüber kann man sich dann unterhalten ob das Sinn macht oder nicht mit diesen Informationen dazu ändert sich gerade die Ansicht und das wollte ich genau mit diesem Thema eigentlich haben das ich glaube nicht jeder kennt sich mit den Banken aus oder was dort passiert ist nichts jetzt zu basel 2 oder 3 und also die Banken zum Beispiel was was kaum jemand auf der Straße weiß weil es die Leute auch nicht interessiert ist dass zum Beispiel das Eigenkapital der Banken in Deutschland und überhaupt in ganz Europa aber jetzt mal im speziellen auch in Deutschland ein sehr kritischer Posten ist Eigenkapital ist wichtig damit eine Bank auch mal ich sage mal Verluste machen kann und Banken sind nicht immer die Gewinner also jedenfalls jetzt nicht mehr also früher waren sie ist dicke klar weiß nicht wer das mitbekommen hat die Deutsche Bank hat mehrere Milliarden Verlust gemacht waren das nicht 2 Milliarden oder so unfassbar die sind natürlich selber schuld nur das Problem ist dass alle anderen darunter leiden und um das zu verhindern gibt es Kriterien wo die Banken nachweisen müssen dass sie eine bestimmte Menge an Eigenkapital haben und und das bis 2017 glaube ich irgendwo da war das 2017 oder 18 und wenn eine Bank es nicht schafft einen bestimmten Satz an Eigenkapital besichert zu haben also durch saubere Kredite also nicht durch Luftblasen Kredite wie das zur Bankenkrise geführt hat sondern durch saubere Kredite dann müssen diese Banken schließen was glaubt ihr wie viele kleine Volksbanken oder Sparkassen auf dem Land im Moment zittern wie blöd und natürlich keine Kohle rausdrücken an Kleinstunternehmer oder eben auch an Mittelständler weil sie Angst haben dass sie in diese Problematik kommen dass sie nachher zumachen können also sehr kritische Geschichte hat mit Gaming überhaupt nichts zu tun aber es warum man überhaupt solche Geschichten wie Early Access oder irgendwelche Kickstarter Finanzierung hat ich finde es eigentlich sehr interessant und passend dazu weil das doch mal etwas Licht woanders hinbringt wo man vielleicht auch mal hingucken sollte für mich ist das ich sehe das halt immer so gesehen okay die Bude will irgendwas machen dann geht die zu einer großen Bude die die Kohlen hat und die fragen da an wenn der ich stehe überhaupt nicht auf Kickstarter weil ich bin also ich glaube an sowas nicht ich glaube an Bude die mir ein Spiel geben und das bezahle ich habe ich kein Problem mit so wie bei Black Desert jetzt da sag ich okay pass auf hier hast ein Fuffi ich glaub an dich es ist fertig da muss nicht mehr viel gemacht werden außer halt so das übliche Übersetzung und so weiter aber so vorher bevor ich überhaupt nichts in der Hand habe das ist mir ich meine Early Access ich sag mal wir haben Stranded Deep gesehen okay das war nicht mal Early irgendwas das war eine Engine okay man konnte nicht mal auf seinem Floß eigentlich durch die Gegend scheppern wo man sollte und das wisst ihr irgendwann kommen wir an da da schreibt dann irgendeiner auf dem Zettel ja moin ich bin Hans Peter ich habe eine Pommes Bude und ich würde jetzt gerne mal das machen und den Zettel klebt er bei da macht er ein Bild von das macht er bei Kickstarter hin und dann will er dafür Geld haben das gibt schon das das gibt es doch sicher auch aber es gibt schon ein zwei interessante Sachen da aber nicht nur ein zwei das Problem an der ganzen Sache ist nicht jeder ist so kritisch wie wir und geht da hin und sagt okay das ist jetzt wirklich blödsinn und dann sucht man sich halt die goldenen Sachen raus und dadurch dadurch dass nicht immer nur gold gepickt wird sondern auch mal Silber was auch noch in Ordnung ist und Bronze vielleicht auch noch aber dann nachher hinten diese Holz liegen das Problem ist dass ich das alles durchsetze ich hab mir mal eine halbe stunde von irgendeinem typen angeguckt der nur eine webcam in sein gesicht gehalten hat und irgendwas erzählt hat von hinz und kunst und jadi jadi und der hat nie was gemacht und der wollte irgendwas bei 20.000 euro dafür haben und die Leute haben da reingeballert weil die dem das geglaubt haben ich sag euch so ganz ehrlich setz Garak hin der weil es gibt ganz viele Menschen das ist kein Problem das ist gut vielleicht wenn wir uns dann zusammentun sind wir übelst glaubwürdig und die leute buddern immer wieder rein und jetzt stellt euch jetzt ist die konsequenz das findet irgendjemand aus der geschäftswelt irgendeiner spielt ja keine Rolle der muss nicht mal einen plan davon haben aber er ist glaubwürdig weiß ich er war vorher rechtsanwalt oder irgendeinen scheiß und war immer glaubwürdig und konnte das rüber bringen der kommt dahin und dann kriegen das immer mehr leute spitz und das sind die sachen vor denen ich halt immer angst habe ich habe gegen kickstarter grundsätzlich habe ich nichts darkest dungeon ist rausgekommen war gut prison architect raus gekommen war gut es sind immer kleine buden die haben immer noch bugs finde ich auch immer noch kacke aber das ist ja wumpe aber es ist rausgekommen sie haben was gemacht und sie sind gut geworden aber ich das Ding ist halt ich habe Angst vor dem großen rattenschwanz der immer da hinten dran ist und rattenschwänze werden irgendwann so groß dass sie dich damit erschlagen können aber ist nicht EA Ubisoft Konami ist das nicht schon das Beispiel dafür dass dieser Rattenschwanz schon längst da war und sich schon längst eingenistet hatte und ist nicht eigentlich Kickstarter wo die Community wieder entscheiden kann wo das Geld hingeht und Early Access nicht der Weg weg vom Rattenschwanz so ein bisschen das Ding ist halt die Buden sind gar nicht schlecht die Buden sind nicht schlecht Ubisoft bringt keine schlechten Spiele raus Ubisoft bringt keine schlechten Spiele raus das Ding ist halt sie bringen nur zu viel von derselben Scheiße raus und unfertig unfertig habe ich kann nicht bei Ubisoft sagen ich habe ein einziges Spiel von Ubisoft gespielt was unfertig war eins zu Release und ich Spiele raus es sind einfach nur Spiele die der Community nicht gefallen bumm aus Ende EA bringt auch alles fertig raus funktioniert wunderbar und das ist der kleine aber feine Unterschied und das darf man nicht vergessen das heißt nicht Ubisoft ist scheiße oder EA scheiße die Leute wollen es einfach nicht und das ist ein kleiner aber feiner Unterschied weil da ist um das Internet zu zitieren Zero das Wort mit F Gewinn so jetzt kommt ihr ob jetzt Ubisoft oder Konami oder wie sie alle heißen doof sind ihr seid dran ja also ich denke mal da kann ich dir vollkommen recht geben die bringen schon korrekte Games raus wenn ich hier den Chat lese kriege ich das kotzen manchmal Entschuldigung es sind aber zu viele Kinder unterwegs die einfach nicht verstehen dass wenn man etwas nicht mag das nicht bedeutet dass das Teil schlecht ist sondern ein anderer findet das gut also man muss das immer sehr stark unterscheiden und die persönliche Meinung ist halt ein sehr problematisches Ding weil jeder hat seine und deswegen ist das immer immer wirklich weiß ich nicht also ich halte was ich nicht korrekt finde jetzt in dem Zusammenhang ist dass solche großen Firmen anfangen also wenn die anfangen würden jetzt ich weiß nicht gibt es das dass die anfangen mit Early Access ich glaube nicht also bisher gab es kein Set 1 ja das ist ja aber das ist ja keine so große Bude ist das ja weiß ich nicht aber wenn die jetzt das also ich kann es verstehen wenn sie es machen weil jetzt alle das machen das ist ja modern deswegen wird es vielleicht sogar mal passieren aber im Großen und Ganzen wie gesagt das Hauptproblem ist aber dass man über Geschmack nicht streiten kann und Gaming ist eine Geschmackssache der eine findet es gut und der andere schlecht die die es schlecht finden sagen dann in der Regel das Spiel ist scheiße es taucht nichts der Verblütter ist doof und alle sind doof die einzigen die wirklich doof sind in meiner Wahrnehmung Sony Entertainment weil die haben schon so viele Spiele kaputt gemacht aber aber da das ist glaube ich common sense hoffe ich aber ansonsten ist das auch wieder eine reine Wahrnehmungssache und Geschmackssache deswegen ist das sehr sehr schwierig darüber überhaupt zu diskutieren ich möchte was hatte ich jetzt gerade DLCs das hatte ich gestern schon war das Thema und da muss ich ganz ehrlich sagen wer heute DLCs kacke findet der hat früher auch keine Addons gekauft nur weil die dinger heute DLCs reißen also das Problem im Internet ist dass keiner währenddessen er von hier aufsteht und rüber in die Toilette geht ganz kurz seinen Apparat da oben benutzt und einfach mal darüber nachdenkt was das ist weil dieses Rumgeschreie also Battlefield damals mit seinen ganzen DLCs für Karten und dann gab es noch einen Season Pass der 19 Euro kostet so viel wie ein DLC und dafür hat man 5 gekriegt wie war das damals bei Battlefield mit den Erweiterungen die man gekauft hat da hat man auch Karten noch gekauft bei Battlefield 1947 oder 49 war so nicht oder naja aber gespielt haben es trotzdem alle und Battlefield 19 schieß mich tot das war das geilste früher so geil heute ist das nichts anderes nur mit einem anderen Namen ja der Klassiker ist ja zum Beispiel ich hätte da das Beispiel Dark Age of Camelot da gibt das wir haben eine Stunde und acht Minuten gebraucht bis das erste Mal kam heute ne 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 ich habe das vorhin schon zweimal weg glaube ich aber egal ebenfalls da gab es natürlich auch Is of Weißer Teufel was und Weißer Teufel ich kriege die nicht mal mehr zusammen wie die alle hießen es ist das gleiche wie DLCs heute es waren einfach die Addons oder bei World of Warcraft da kommen in schöner Regelmäßigkeit alle zwei Jahre im Oktober November kommt ein neues Addon das ist aber nichts anderes als ein DLC und insofern ja das gab es schon immer also DLCs sind keine neue Erfindung und ist halt nur ein neuer Name ich habe kein Problem mit DLCs mich fragen die Leute dann immer lohnt sich das diese Fragen kann ich überhaupt nicht mehr hören dann musst du für dich selbst entscheiden ob ich jetzt ja ob ich jetzt 99 für ein Witcher DLC bezahle was wirklich also das hätte von mir auch 20 kosten können das war einfach wo ich wo ich über 30 Stunden Spielspaß nochmal hatte oder ob ich 20 Euro für ein DLC bezahle bei Bloodborne wo ich noch nicht mal den ersten Boss im New Game Plus blatt bekomme es ist doch Ansichtssache also solange man daran Spaß hat ist das in Ordnung und wenn man daran keinen Spaß hat dann sollte man sich überlegen ob man halt für dieses Spiel zukünftig nochmal sich ein DLC holt oder es gibt ja heutzutage dank Twitch so viele Möglichkeiten vorher reinzugucken also ich Marc Kunja hat hier übrigens was richtiges geschrieben nach meiner Meinung DLCs also ein Programm sollte fertig sein und DLCs sollten also man sollte ein Programm kaufen können das fertig ist dass man spielen kann und ein DLC sollte ein quasi Add-on sein und nicht eine Gelddruckmaschine damit man das Spiel zu Ende bringt also das gibt es ja auch es gibt ja tatsächlich Beispiele dafür wo man im Grunde genommen ohne DLCs gar nicht zum Ende kommt und das ist natürlich Schrott es gab auch schon Beispiele wo die DLCs mit auf die Disc gepresst waren und also die ja gar nicht so oh jetzt kommt irgendwann in einem halben welches Spiel war denn das ich muss gerade überlegen Mass Effect 3 sogar ne das hatte gar kein DLC ne ne das war doch doch hat DLCs ja ich komme jetzt gerade nicht drauf es gab ein Spiel da war das da war ein Riesentheater weil nach einem halben Jahr wo du hieß es dann ja jetzt kommt ein Story DLC ne und dann haben die aber in den Codes vom Hauptspiel haben die das schon gefunden gehabt also es war schon da man hat es schon fertig gehabt und wollte halt nochmal extra Geld damit verdienen das ist dann etwas dreist ne also das macht das macht man jetzt eigentlich nicht so ich verwahr denn das ich komme da nicht mehr drauf war auch nicht drauf auf jeden Fall ein sehr großes Triple A Spiel was ist Dark Age ich weiß es nicht mehr äh 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 ähm Dragon Age ja irgendwie so Bioware denke ich auch gerade irgendwas ich meine Bioware wäre das gewesen das ist frech alles alles ist in unseren Augen frech und im Endeffekt im Endeffekt na doch im Endeffekt ist alles frech ähm wenn wir es runterbrechen kommen wir wahrscheinlich dann immer äh zur Theorie wieder zurück die Garak vorhin aufgebracht hat äh dass man nicht genug Geld von den Banken kriegt und das irgendwie organisieren muss nein vielleicht finde ich wenn etwas schon existiert es ist schon da und dann wird es mir nach einem halben Jahr verkauft als etwas was noch nicht da gewesen ist und jetzt äh ich zahle dafür ja gerne aber dann sagt mir doch nicht dass es nicht schon da es ist doch vor einem halben Jahr schon auf der Disc draufgepresst gewesen das ist äh das mag ich nicht gerne das wird wahrscheinlich bei vielen Studios so sein das Problem ist nur dass da einer wahrscheinlich ein bisschen gepennt hat ja gut ich finde es halt geplant sein darf es ja von vornherein ja ja geplant das ist in Ordnung aber wenn es fertig ist aber nicht schon drauf ne eben nee Destiny war es nicht ich habe es selbst gespielt das ist halt ich meine ganz ehrlich ganz ehrlich Leute also ich halte nichts von Kickstarter äh also ich bin da echt ich bin auch kein Early Access Fan ich bin da komplett geprägt ich finde es schön wenn Leute wenn Spiele rauskommen und äh die fertig sind so wie bei äh äh Darkest Dungeon finde ich super toll finde ich prima bin ich sehr vorsichtig muss ich sagen aber dieser ganze dieser ganze Triple A äh EA Ubisoft äh Hate Dünnschiss aus dem Internet äh da geht mir also da da fliege ich los wie ein Delfin da kriege ich hin Sprühwurst und dann hebe ich aus dem Stuhl ab weil ich finde das äh ich finde das so nass ja dass Menschen anfangen Buden also Publisher zu haten obwohl wahrscheinlich der Publisher nicht mal irgendwann was dafür kann weiß keiner niemand hat diese Info niemand niemand weiß ob EA schuld ist oder Ubisoft das kann auch die Programmiererbude gewesen sein siehe zum Beispiel Warner Brothers mit Batman ok Rocksteady hat nicht die Portierung gemacht Rocksteady war vorher bekannter für Superspiele und dann war die Bude aber schuld für die Portierung so und dann jetzt aber im Endeffekt wow Warner Brothers nur noch schlechte Spiele wow richtig schlecht obwohl die gar nichts dafür können ok ja stimmt der Publisher ist halt der der das Geld spendiert und das Marketing macht der Rest macht die Bude so und dann scheiß EA also ganz ehrlich scheiß EA früher Need for Speed wow richtig gut EA Top Studio Fußball kaufen wir auch alle EA geile Bude was wir müssen irgendwelche Coins kaufen scheißegal trotzdem geil und so geht das immer weiter und weiter und weiter aber EA Ubisoft scheiße alles Müll Division Division kaufe ich auch nicht da muss auf einigen dass Konami scheiße ist das muss auch nicht sein das ist genau wie das Gerede mit oh die Konsole und die Konsole nein nein Konami ist der Teufel warum dann sag halt soll ich die ganze Geschichte jetzt von Konami erzählen oder was nein oder nur mal kurz sagen dass sie alle Spielreihen verboten haben weiterzuentwickeln weil sie jetzt daraus einarmige Banditen machen wollen einarmige Banditen ja es ist deren geistigen Gut dazu kann man nichts warum soll man Metal Gear Solid nie wieder weitergemacht ja ist doch in Ordnung ich meine wenn die das entscheiden ist doch deren deren Ding es gehört auch denen nicht uns ja aber das ist ja das Problem es gehört denen und eigentlich gehört es Kojima und der durfte nicht weitermachen also aber man hat es da eine gute Sache also wer die Rechte gehören der hat zu entscheiden ne wer die Party ne wollte ich gerade sagen also Slappy das ist jetzt aber wieder mit deiner eigenen Meinung behaftet weil du traurig bist natürlich ist das mit meiner eigenen Meinung behaftet aber die haben uns als Spieler um gute Spiele gebracht warum weil Metal Gear Solid nicht weitergebracht will und weil Silent Hills das nächste nicht rauskommt ok weiter was kommt dann noch von Konami dann hört es nämlich wieder auf dieses Vampir Spiel hier wie heißt das Castlevania Castlevania wird nie wieder was kommen und jetzt aber es wird ja seinen Grund haben wahrscheinlich haben die Leute nicht genug Geld bezahlt es waren nicht genügend Käufer da das muss ja einen Grund gehabt haben wirtschaftlich gesehen äh macht es sonst ja keinen Sinn ja natürlich du kriegst bei einheimigen was ihnen mehr Geld raus als wenn du also nicht immer es gibt auch Leute die das so entscheiden aber aber meistens ist es ja wirtschaftlich entschieden also ich finde Konami scheiße ihr müsst ja nicht mit mir gehen ja aber das ist ja ich bin der Meinung fuck Konami und das was Nils auch meint also das ist so nee sind sie nicht ja sie sind einfach ein normales Unternehmen das normal arbeitet wie ein Unternehmen halt arbeitet fertig also da arbeiten Leute die haben die bekommen die bekommen die bekommen es deswegen weil sie irgendwelche Sachen verkaufen das Ding ist die meisten wie war sein Name nochmal Kojima Kideo Kojima Kideo Kojima Hideo wie Hideo ja der Mann aus dem asiatischen Raum nur deswegen und ich gebe dir Brief und Siegel drauf nur deswegen jammern die Leute rum weil der das nicht mehr weitermachen kann Metal Gear Solid gibt sieben Teile alright irgendwann ist nochmal Schluss ja aber das sollte sein Magnus Opus werden und das dürfte er einfach nicht zu Ende bringen who cares er hat die Rechte nicht fertig hier ist Obstsalat ich I care ja ok du aber das ist doch das Ding ist halt was willst du kleiner Hansel dagegen machen verstehst du nix dieser ganze Internet Hate deswegen das ist doch alles das ist wie Fallout und Witcher oh weißt du also Fallout richtig geil kommt der nächste Witcher Guy komm wir schlagen uns jetzt ist doch Wumpe wen interessiert das das Ding ist halt Kojima durfte nicht mal einen Preis annehmen oder noch nicht mal zur Preisverleihung gehen weil ein Anwalt es ihm verboten hat weil er noch bei Konami angestellt war so ein verkacktes Unternehmen ist Konami ja willkommen da gibt es ja wahrscheinlich Verträge die das dann eben so regeln sonst hätten die das also der muss ja die Verträge nicht unterschreiben der muss dann vielleicht lesen vorher können wir nicht einfach sagen dass es auf Arschlöcher unter Unternehmen geht und manche Unternehmens einfach nicht verdient haben als Unternehmen zu agieren sondern also warum denn das ist doch einfach common sense nee das ist einfach nee das ist nicht streck das ist so als würdest du jetzt plötzlich die Fine Bros verteidigen weil sie oder Sony die das Wort Let's Play sich sichern wollen unter ein Patentrecht aber pass auf die dürfen das die haben das Recht das steht im Gesetz doch dann wollten wir das nicht machen hör mir zu Sleppy pass auf das Ding ist halt du bist jetzt gerade betroffen und hör mir zu jetzt du bist gerade betroffen von als betroffener Bürger hör mir doch mal zu Kojima Kojima ist bei Konami und ich sag dir ich sag dir da gebe ich den Brief und Siegel drauf in Asien sehen alle Verträge so aus niemand beschwert sich aber jetzt gerade just in dem Moment und in dem du kannst dagegen nichts sagen das Ding ist einfach das ist Fakt bam aus Ende aber ich kann meine Meinung dazu natürlich kannst du das machen aber das Problem ist dass sowas immer ein Rattenschwanz wenn er sich herzieht und dann ganz nie wieder Metal Gear Solid 3572 er konnte sein Masterpiece nicht machen wobei Metal Gear Solid 5 einfach schon mal ein Masterpiece war okay warum will er da noch eins bringen verstehst du? nein nein er wollte aus 5 ein Masterpiece machen aber das durfte er nicht zu Ende bringen das ist das Problem das Spiel war nicht fertig das ist das Problem was Leute dabei immer nicht verstehen und das ist so reagiere ich manchmal auch zum Beispiel das was Garak mir jetzt erzählt hat mit den Banken ich meckere ich meckere ich meckere über Early Access und Kick ich ziehe das alles durch den Kakao ist mir scheißegal wer da vor mir steht ich ziehe das durch ist mir bewusst das Problem ist aber dass man die Informationen so wie jetzt gerade mit der Finanzierung dass man zum Beispiel nicht zu einer Bank gehen kann und das muss ja auch finanziert werden da musst du dann halt drüber nachdenken und das Ding ist halt hast du was schwarz auf weiß es gab ja auch mal unbeschnitzelt gab es da ja auch mal so ein riesen Ding so eine PR-Aktion von wegen ich habe meine Verträge nicht gelesen wer einen Vertrag unterschreibt der kennt da drinnen jede Klausel jede und dann ist das total boogie-leddy da ist auch deswegen verstehe ich auch diese ganze dieses Trara in der Öffentlichkeit nicht Verträge sind Verträge aus Ende Bum Bassa und wer ihn unterschreibt übrigens die man übrigens auch ändern kann ja gut dafür braucht man dann also ein Vertrag ist ja ein Vorschlag also viele vergessen das aber ich bin immer beeindruckt wie viele Menschen einfach Verträge unterschreiben ja bei ihrem Handyprovider oder sonst irgendwo und nicht im geringsten wissen was sie da eigentlich unterschreiben und das ist immer beeindruckend und das ist in allen Bereichen so das kann man so schlecht finden wie man will da kann man nichts dran ändern ich musste das auch sehr sehr oft und sehr hart schon lernen das ist eine Lektion im Leben da kann man so viel meckern wie ein Rohrspatz da kannst du mit dem Kopf durch die Wand laufen irgendwann steht es immer schwarz auf weiß ja aber es gibt auch Beispiele wo Leute gemeckert haben und die ganze Community plötzlich aufgeschritten haben und Unternehmen sich es anders überlegt haben ja das denken das denken die Leute sich und dabei war es dann nachher im Endeffekt nur PR das war eine wirtschaftliche Entscheidung dann ich weiß jetzt nicht mehr wo es durch dieses Aufregen hat sich dann ein großer Pirk zusammengetan die dafür bereit sind Geld auszugeben und dann ist das eine klare wirtschaftliche Entscheidung das zu machen die haben das aber nicht gemacht weil die Leute sich aufgeregt haben das interessiert ein Unternehmen in der Regel nicht was war eigentlich jetzt das Oberthema DLCs wo ich jetzt hier sowieso schon verliere gerade und alle gegen mich sind das stimmt ja gar nicht ich mach Spaß ich muss dir übrigens warte kurz ich muss dir das zustimmen diese unoffizielle Episode die man bei YouTube am Ende sehen konnte von Metal Gear Solid die hätte ich gern gesehen mit diesem großen Roboter und dem kleinen Jungen das hätte ich echt gern gesehen muss ich dir ganz ehrlich sagen finde ich auch bin ich auch sehr enttäuscht aber verstehe ich ich sehe das halt ein bisschen anders als du ja ich meine klar ist ein Unternehmen muss Geld einbringen muss sich irgendwie über Wasser halten da sage ich nichts gegen dass das so sein muss aber es sollte nie das höchste Einkommen ganz vorne stehen als Priorität und es gibt einfach manche Unternehmen bei denen hat man zumindest zeitweilig das Gefühl dass sie es halt nicht so machen und eben nicht nur nach Banken arbeiten klar jede Firma sei es Nintendo oder CD Projekt Red wird Entscheidungen treffen die komplett sich nicht eben für den Spielspaß des Spielers irgendwie zugute führt oder dem zugute führt sondern halt eben nur die Gewinnoptimierung natürlich aber trotzdem habe ich das Gefühl dass wenn das nächste Zelda rauskommt es wieder ein richtig gutes Zelda wird und wenn das nächste Mario rauskommt ich trotzdem wieder das neue gute Mario bekomme und irgendwie trotzdem der Spielspaß immer noch an erster Stelle steht verstehst du und es gibt einfach Unternehmen die haben es wieder wirklich nur auf reinste Gewinnoptimierung ausgesehen und von daher ich weiß nicht wisst ihr das Problem an der ganzen Sache ist wir können da so viel rum philosophieren wie wir wollen weil keiner weiß was das Ding ist halt wir können spekulieren dass es gab eine Bankenkrise dann ist das passiert daraus ist das entstanden es sind Spekulationen niemand niemand von uns arbeitet in einem so ein Geschäft oder jemand von irgendeiner großen Bude ist hier und kann uns da mal einen Einblick gewähren und im Endeffekt also ich ich sehe das wirklich immer so heutzutage im Endeffekt brechen wir sowieso alles mit nur auf Geld und Wirtschaftlichkeit runter fertig darf ich mal was einschmeißen? bitte nein Vorbestellerbonus wollte ich gleich drüber reden ich hab gewusst das nein nein nicht jetzt ich wollte noch was zu DLCs sagen bevor wir von dem Thema das kann man fast dazuzählen besonders bei der besonders jetzt als Consolero kann ich das sagen Vorbestellerbonus wie jetzt ich greife jetzt nicht dein Thema auf ich weiß genau du wartest dem ganzen ja ja es oft wird ja gesagt wenn du jetzt vorbestellst dann bekommst du das und das DLC einzigartig mit dazu oder diese Map oder diese Waffen oder dieses und dieses das ist was was ich die letzten was ich weiß nicht ob das beim PC jetzt auch so ist aber das ist was was sich die letzten Jahre bei den Consoleros extrem auch durchgesetzt hat also da gibt es Vorbesteller Wahnsinn es gab warte welches Spiel war das Watch Dogs gab es glaube ich in fünf verschiedenen Vorbestellerversionen wo du entweder das bekommst oder das bekommst oder das bekommst das interessante an der Sache ist dass ich fast bis jetzt noch nie gesehen habe dass wenn du ein paar Monate wartest dann kannst du halt für ein bisschen extra Geld kannst du dir das dann irgendwann auch im Store runterladen also so exklusiv sind diese Vorbestellerbonusse dann gar nicht wie sie immer angepriesen werden das ist auch so ein Thema machen die das war auch ein richtig gutes Spiel von Ubisoft also ich muss ganz ehrlich sagen bei mir hat es einwandfrei funktioniert nein ich sag ja nicht dass es Buggy war aber ich habe es durchgespielt fand es jetzt nicht so der Burner aber es hat funktioniert ganz einfach aber das ist jetzt so eins der Beispiele wo es einfach so Slappy wollte was anderes sagen gerade ja ja es geht um es geht glaube ich um August ist es im August August was ja bei Men hier hier wie heißt denn das Stealthspiel da ist nämlich auch gerade das Thema mit dem Vorbestellerbonus was du so gerne spielst ja wollen wir darüber reden da ist so Deus Ex ja genau das hatte nämlich den Effekt und das ist zum Beispiel ein Beispiel wo der Aufschrei kam der Shitstorm und die dann zurückgezogen haben weil sie gesehen haben oh haben wir es vielleicht doch ein bisschen zu weit getrieben die wollten nämlich einen Vorbestellerbonus je mehr Leute es vorbestellen umso mehr Boni werden freigeschaltet das heißt wenn es nur irgendwie wenn sie nur irgendwie weiß ich nicht zwei Millionen Sachen durch Vorbestellungen durchkriegen wird halt nicht das höchste Tier an Boni freigeschaltet und ich weiß nicht was die Boni waren zwei Tage früher spielen und irgendwelche coolen Waffen dabei und so ein Mist und das war hat einfach diese Latte einfach wahrscheinlich zu früh zu hoch gesetzt irgendwann so in zehn Jahren werden wir wahrscheinlich Vorstellerboni nur noch so haben und dann wird es vollkommen egal sein und keinen interessiert es mehr weil irgendein Unternehmen denen es egal ist was die Leute von einem denken die nur auf Gewinnoptimierung aus sind damit anfangen aber das war zum Beispiel ein Beispiel das war meine Einleitung dazu ich habe gewusst dass du das irgendwann vor zwei Wochen oder so habe ich es gelesen gehabt und das ist eben gibt es das auf dem PC auch diese Vorbestellersachen ja sicher ja also bei Konsolen ist das seit zwei drei Jahren ich lese jetzt gerade man darf das nicht tun darf man schon ich mache ich mache das ich bestelle vor und ich suche mir sogar manchmal meinen Store aus weil manche Stores haben diesen Vorbestellerbonus und der andere hat den und wenn mir halt dieser Skin jetzt so gut dort gefällt und es ist dann will ich den halt haben ich habe damit kein Problem ich weiß ja was ich dafür bekomme und ich weiß auch dass das nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten im Store ganz normal zum Kaufen ist und dann nicht mal als exklusiver Vorbestellerboni bin ich da schon drüber hinaus ich mache das aber es ist eben ein Locken nochmal so jetzt jetzt vorbestellen und exklusiv es ist halt die heutige Wirtschaft ganz einfach ich meine du kriegst ja auch beim Superbowl drei Viertel des Superbowls Werbung ins Gesicht geknallt es gibt doch auch Day One Spiele also ganz ehrlich das sind halt so das sind halt so Sachen wie das muss jeder für sich selber wissen mein Gott also das ist halt jeder ist sein eigenes Individuum das ist genauso wie jeder muss entscheiden ob er Kickstarter bezahlen will ob er Dings kaufen will oder 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 das meiner Meinung nach ist das halt verschwendete Zeit darüber zu diskutieren also oder sich darüber zu beschweren das war nett ne oder sagen wir mal darüber sich zu beschweren das ist wohl eher das was mir auf den Sack geht also ich hatte ich hatte gestern auch ein sehr lustiges Gespräch äh darüber und wisst ihr worauf wir das wieder runterbrechen können aufs Geld weil meiner Meinung nach beschweren sich die Leute die sich das nicht leisten können oder sich nicht im Klaren sind oder sich nicht im Klaren sind die das zum Beispiel die drei Sätze bei Steam unten drunter nicht lesen können warum das denn so viel teurer ist jetzt und äh ich find's wirklich sehr schlecht weil ich bin auch ein Fan von diesem Vorbestellerbonus weil zum Beispiel Sachen wie Hitman oder wie Dark Souls ich liebe diese Spiele da baller ganz ehrlich ich würde für Dark Souls würde ein Honig auf den Tisch legen dann würde ich nicht mal mit Augen zucken hier zack hast 100 Euro gib her die Suppe das Ding ist halt ich arbeite dafür ich kann es mir leisten andere Leute würden jetzt sagen wow 100 Euro das müsste eigentlich 19 kosten so ne Scheiße das stirbt man andauernd so geil ist das gar nicht Grafikkacke alles Mist keine Story was ist das für ein Müll so hä what Ansichtssache eben es ist Ansichtssache wer kein Vorbestellerbonus haben will wer kein Season Pass haben will wer keine DLCs haben will wer gar nicht Computer spielen will und nach draußen gehen will der kann das alles für sich selber entscheiden und dieses ganze Hackmack und Yadi Yadi und Klim Bim Bim kommt immer nur weil man kein Geld hat sich das zu kaufen wer ich konnte mir ganz ehrlich ich konnte mir früher keine Iron Man Mütze kaufen als ich studiert habe ich konnte mir keine Walking Dead Figuren kaufen ich hatte keinen guten PC und dann habe ich auch immer so bei mir gedacht man das ist doch alles blöd was soll denn der Scheiß warum ist das so teuer ach wenn ich doch mal so und so viel verdienen würde dann ja ne die Zeiten dann würde ich mir das auch ja aber ja ich finde halt da kommt das so her oder seht ihr seht ihr das anders ich habe halt immer das Gefühl dass deswegen gemeckert wird also ich meine natürlich natürlich gibt es Kickstarter und Kickstarter ist in meinen Augen nicht toll aber ich muss da kein Geld ausgeben aber die Spiele zum Beispiel die ich mir kaufe es ist 60 Euro und da kaufe ich mir das halt einfach ich finde das traurig dass dann wenn ich jetzt meine und wenn ich jetzt meine bei Kickstarter mir gefällt dieses und dieses Spiel das will ich fertig spielen und ich investiere da was rein und erzähle das dann und wird nini nini was geht das ob ich jetzt in den Laden gehe und mir eine Stange Zigaretten kaufe ja und da mein Geld aus dem Fenster schmeiße oder ob ich da mein Geld das ist ja ich verstehe das ja auch nicht warum man sich da überhaupt chauffiert ich ich habe gerade von eurer Heiligkeit Kritik ähm also Kritik ist bei für mich ist das keine Kritik ähm für mich ist das ganz ehrlich keine Kritik wenn zum Beispiel eine Diskussion geführt wird über Free-to-Play-Spiele die einen äh einen einen Dingsshop haben so wie zum Beispiel bei äh Black Desert da gab es heute eine eine Diskussion und das war wurde sehr kritisch behandelt ja das habe ich auch nicht verstanden was ist das eigentlich mit diesem Itemshop du kannst dir dort Klamotten zum Anziehen kaufen irgendwelche Skins oder sonst was oder solche Sachen und dann kannst du dir halt ein Pad kaufen was für dich sammelt so das ist das was kann ich das auch kann ich das auch ohne dass ich das mache nein ah ok kannst du nicht aber du kannst das Spiel du kaufst es und du kannst es spielen und das wurde kritisiert dass diese Sachen zu teuer sind ach so für mich ist das Gemecker äh ja wenn mir das Pferd wenn mir das Pferd mit der Feuermähne halt gefällt und ich das kostet jetzt ein Zwanziger und ich spiel das Spiel und ich will das dann manchmal also es gibt Leute die kritisieren das und da merkt man das auch dass sie sich das trotzdem kaufen aber das nicht gut finden was auch völlig in Ordnung ist man muss nicht alles gut finden ich finde auch nicht geil dass Battlefield 5000 DLCs hat aber es gibt einen Season Pass und das ist dann trotzdem kann man das kritisieren finde ich in Ordnung das Ding ist aber äh uns geht es hier noch gut ja bei solchen Sachen wenn die zum Beispiel hier rüber schwappen die Spiele ihr könnt ja mal in Korea gucken was das in Korea kostet das Zeug und die Leute kaufen das ohne mit der Wimper zu zucken hier so geht das und da rollen die Millionen zack 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 und da kümmert das niemand irgendwas aber hier wird sehr viel sag ich mal kritisiert oder rumgeheult und ich finde nicht dass an einem Preis für ein Gut was du kaufst am Preis kannst du nichts kritisieren das Ding ist das Ding ist Satz entweder willst du es oder willst du es nicht ganz einfach wenn du Bananen kaufen gehst nimmst du die Bananen oder du lässt sie da entweder kaufst du das Spiel oder du kaufst es nicht und das ist halt für mich keine Kritik da kann man nichts kritisieren an Preisen Preise sind fest bam da ändert sich nichts und je mehr du rumheulst oder rummeckerst oder rumkritisierst wie auch immer du das nennen willst desto weniger wird sich an der ganzen Sache verändern denn die wollen das auch nicht hören weil die wird das wahrscheinlich auch nicht interessieren große Buden kleine Buden da mag das vielleicht funktionieren weil die auf ihre Communities hören aber bei großen nicht und AAA ist AAA und das wird immer AAA bleiben und der Preis ist der Preis ich habe ein Beispiel wo ich ein Spiel nicht spiele eben genau deswegen weil es einfach Dinge gibt die die zu viel kosten und zwar das Spiel ist Sims 4 ich würde es so gerne spielen aber komplett nicht nur das Grundspiel sondern mit allen Add-ons die es dafür gibt aber wenn ich mal runterrechte ja okay oder Sims 3 hätte ich auch gerne mit allen Add-ons gespielt aber rechne mal jetzt aus wie viel du insgesamt bezahlen musst um das Komplettpaket von Sims 4 oder Sims 3 zu spielen ist mir egal es ist Sims das muss ich wirklich sagen wir reden gerade hier von viel Geld es ist wirklich es ist wirklich viel Geld da kostet glaube ich so ein Paket kannst du schon mal mehrere hundert Euro rechnen mehrere hundert Euro für alles ach so ja 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 natürlich ja alles auf einmal ist halt man holt halt Stück für Stück aber ich hätte gerne alles auf einmal wenn ich ein Spiel spiele dann spiele ich es halt auf einmal und ich spiele es nicht erst dann gucke ich auch das hätte ich gerne und dann fange ich wieder von vorne an mit damit und dann gucke ich da oh das würde teuer werden bei Sims 3 ich kenne jetzt nur das 3 das meine ich ich würde gerne einfach alles haben und gerne alles zum ausprobieren haben so wie ich es zum Beispiel in Minecraft auch habe da lag ich mit Modpack und wenn mir das nicht gefällt dann lag ich mir ein anderes aber das ist ein anderes Thema und so hätte ich das gerne bei Sims aber ich kann es einfach nicht und deswegen spiele ich es nicht ich spiele auch nicht das Grundspiel ich kauf es mir nicht weil ich einfach weiß ich würde was vermissen es wird mir ja auch im Spiel die ganze Zeit angeworben die Items sehe ich ja nur ich kann sie nicht kaufen weil ich mir das Addon nicht gekauft habe und sowas ist schweinisch und deswegen spiele ich es einfach nicht aber wirklich ich meine also ich entscheide dann einfach für mich so und das interessiert jetzt hier Katy Perry naja sowas nicht ja siehste aber ne Swimmingpool ist oder weiß ich nicht ja siehste aber so so habe ich das eben für mich damals also Sims ich habe mit Sims 3 dann nachdem ich es auf der Konsole gespielt habe und da erfahren habe das ist die abgespeckte Version habe ich dann doch mal auf dem PC das damals mir geholt es die Grundversion dann die Viecher mit dazu dann natürlich das Gruselpaket ne hier Halloween ist immer und ich glaube Party Wetter und und Jobs das hat mich das waren einfach die Sachen die mich interessiert hat Party hat mich nicht interessiert und die Katy Perry nicht und das sonstige ich meine du kannst ja aussuchen was dir gefällt und dann gab es doch diese Zusatzsachen wo du dann von von Diesel oder so Zeug bekommst Klamotten und so brauche ich auch alles nicht also ja aber das ist ja aber ich meine wenn du Sims am Anfang kaufst gibt es ja die DLCs noch nicht ja und so tust du halt Stück für Stück wenn du aber jetzt natürlich nachdem Sims und mit allen Add-ons so zwei Jahre später kommst und sagst ja jetzt würde ich halt das ja was kostet denn so gibt es das als komplett natürlich nicht also bei Steam kostet 549 Euro Sims 3 Sims 3 also ich muss erstmal muss ich sagen Garak lacht sich ins Fäustchen weil sein Flugsimulator wahrscheinlich mehrere tausend Euro kostet aber das ist ja auch kein Spiel sagt er ja selber auch immer ähm aber das ist auch das ist auch wieder so eine Sache wo ich wirklich also ich ich hab früher auch gemeckert wie ein Rohrspatz aber für mich hab ich akzeptiert alrighty Sims 4 kostet immer noch 50 Euro nach anderthalb Jahren kriegst du nirgendwo günstiger möchte ich nicht spielen finde ich nicht gerechtfertigt keine DLCs kaufen nischt das kann doch jeder für sich selber entscheiden ja und an dieser Stelle an dieser Stelle da kann man auch wieder sagen was man will es gibt genug Leute die das kaufen und nur deswegen funktioniert das und das kann man nicht ändern das kann nicht wirklich keine einzelne Person oder Institution bringt so viel Gewalt in die Industrie mit an diesem Punkt um das zu ändern niemand und irgendwann wenn man jahrelang gemeckert hat kritisiert hat diskutiert hat was auch immer muss kommst du zu dem Punkt wo du sagst okay ich lasse es oder ich lasse es nicht jetzt lese ich gerade warum das dann 20 kosten muss weil es nicht 30 kostet das ist immer so eine Ansichtssache ist es das wert Ansichtssache der Train Simulator kostet aktuell 3826 Euro und 97 Cent für den PC nur Simulator oder alles alle Flughafen dazu naja alles mit allen DLCs ich wollte gerade sagen naja gut 3826 Euro und 97 Cent und dabei sind einige DLCs gerade im Sale also insgesamt dürfen das über 4000 Euro sein völlig überzogen aber das ist halt Duftail weil für das was man kriegt das ist nicht gerechtfertigt aber auch das ist wieder so eine persönliche Ansicht ja also kann man nicht drüber streiten man muss es nicht kaufen der Train Simulator fährt auch ohne Addons ja ist ja so und wer sich die alle kauft ja ist in Ordnung ich habe ungefähr also ich habe den Train Simulator und ich glaube für 150 Euro Addons oder so immer wenn man Sale ist schlage ich mal zu und hole mir irgendwas was in Deutschland ist weil ich interessiert nicht in England oder in den USA Zug zu fahren das macht irgendwie keinen Bock aber so trotzdem sind das trotzdem es immer Sales waren sind es 150 Euro geworden Flugsimulation ist wesentlich teurer der Flugsimulator den ich benutze kostet alleine 200 Dollar nur das Grundgerüst und dann sieht der scheiße aus das ist halt ein Simulator kein Game und dann kaufst Du noch Wolken dazu damit die Wolken ein bisschen cooler sind dann kostet irgendwie wenn man Glück hat naja wenn man das das richtige Paket haben will so 35 Euro das sind nur Wolken und dann brauchst Du aber noch ein Wetterprogramm das Dir die Wolken vernünftig darstellt also das Echtzeitwetter quasi so dass wenn Du rausguckst aus dem Fenster dass das im Flugsimulator genauso aussieht am selben Punkt das kostet auch nochmal 40 Euro sondern hast Du noch nichts was die Bodentexturen schick macht Du willst ja wenn Du fliegst soll das so aussehen als ob Du wirklich die Erde soll so aussehen wie sie ist das kostet ungefähr wenn man alles zusammenrechnet ich schätze um die 250 300 Euro und dann hat man auch die NASA Daten drin damit die Höhen Wolkentexturen richtig sind dass Berge aussehen wie Berge und nicht wieder hingeschmolzene komische Teile und so und dann kauft man sich ein Flugzeug das vernünftig simuliert ist weil die da mitgelieferten sind ja was für für diejenigen die keine Ahnung haben also nur mal eben fliegen aber wenn man richtig simulieren will braucht man einen richtigen Flieger da ist man mit 130 Euro dabei oder ich sag mal mit 89 Dollar das günstigste ja und es geht immer so weiter also im Flugsimulator da liegt man dann relativ schnell bei ich sag mal 6, 7, 800 Euro ist glaube ich so ein Standardding dann kann man schon ganz gut klarkommen und wenn man das über Jahre macht ist man auch ganz schnell bei 2000 Euro das ist aber nicht schlimm weil die Version also der Flugsimulator also in dieser Version die ich jetzt habe ist zwar jetzt relativ frisch aber wenn ich jetzt den Standardflugsimulator fliegen würde den FSX der ist 2006 rausgekommen der ist exakt 10 Jahre alt und die Add-ons laufen noch nach wie vor also über 10 Jahre da sind dann noch ab und zu ein paar Updates drin die gibt es dann auch kostenlos also wir reden hier über 10 Jahre Spielspaß oder Simulationsspaß wie auch immer man will und das teilst du durch die 10 durch die Jahre und dann dann hast du als ob du jeden Monat also dafür kriegst du keine Playstation Games ja also wenn du über 10 Jahre permanent Playstation Games kaufen würdest da bist du aber schnell bei 4.000, 5.000 Euro und das vergessen die meisten rechnet mal aus wie viel Gaming Kohle ihr ausgibt also wiejenigen die es kaufen und nicht raubkopieren im Jahr also wie viel ihr echt aus habt ihr das mal gemacht hat das einmal davon hast du das mal gemacht Nils ich meine du bist ja permanent am spielen hast du das mal gemacht so einmal im Jahr auszurechnen wie viel Kohle da reingegangen ist also das ist schon enorm und da ist so ein Flugsimulator dann echt günstig Werbungskosten ne das ja klar sind es Werbungskosten was denn sonst Wow, 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 wow. Das wird nicht von meiner... Nee, 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 nee. Das mache ich nicht mit meiner... Nee, 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 nee. Ich kaufe die privat. Meine Spiegel kaufe ich privat. Warum das denn? Das ist ja völlig bescheuert. Nee, Nils, musst du nicht machen. Ich kaufe sie privat. Das ist doch dein Arbeitsmittel. Ich habe mich dazu entschlossen, die privat zu kaufen. Und das mache ich auch. Da kannst du wieder den Kopf schütteln, Garak, aber ich will sie von meinem Geld. Ich habe mir die Spiele erarbeitet. So, bam. Ja, es ist aber Blödsinn. Du bist ja ein Unternehmer. Natürlich ist das Blödsinn. Und die Games sind das, womit du dein Geld verdienst. Und dann ist das eine ganz klare... Das sind Kosten. Die gehen komplett von deinem Einkommenssteuersatz runter. Also, äh, würde ich nicht machen. Also, ich habe 2011 15 Euro für Minecraft ausgegeben. Also, ich habe letzt... Ich spiele es immer noch. So, jetzt kommt ihr. Ich habe letztes Jahr 1600 Euro für Spiele ausgegeben. Ja, guck. Das habe ich in 10 Jahren für den Simulator ausgegeben. Ja, also, ich meine, ein bisschen mehr vielleicht, aber es sind ja auch 10 Jahre. Aber es ist eine teure Angelegenheit, ne? Also, so insgesamt, wenn man sich darüber mal im Klaren ist. Es ist aber auch ein Hobby, ne? Also, das kannst du jetzt schön vergleichen. Gut, dass du das jetzt... Ja, klar. ...den Tränensimulator... ...den Tränensimulator... ...aber irgendwann wird es ja langweilig, ne? Mit dem Modellbau und, 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 und. Dann willst du ja auch mal irgendwie was anderes haben. Und dann kaufst du dir ein Häuschen oder ein bisschen grünen Filz. Und dann fängst du richtig an. Dann hast du irgendwann Raum voll mit Weichensystemen und riesengroßen Bahnhof. Irgendwie so ein Leipziger Bahnhof oder was. Und dann bezahlst du auch mal eben 10.000 Euro für Märklin. Und da schreit auch kein Hahn nach. Also, natürlich, ne? Man kann es halt damit auch vergleichen. Aber... Es ist... Ja, ist so. Was willst du? Im Endeffekt können wir das wieder auf irgendein anderes Hobby bringen. Und da lacht sich wieder einer kaputt, was wir eigentlich bezahlen. Eigentlich sind wir noch sehr günstig unterwegs. Aber ich... Also, ich kann es nicht erklären. Ich habe früher, muss ich ganz ehrlich sagen... Ich habe früher auch gemeckert. Ich habe früher auch gemeckert. Ich habe immer nur Free-to-Play-Spiele gespielt. League of Legends. Und irgendwann habe ich mir mal Battlefield gerade so gekauft, weil ich das dann hatte. Und ich habe auch immer gesagt, wow, das ist super teuer. Und ganz ehrlich, jeder... Wer kauft sich denn heute noch fast... Wer kauft sich noch bei Steam-Spiele? Die Leute... Warte, 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 warte. Die Leute, die nicht so viel Budget haben, aber trotzdem spielen wollen, gehen an andere Adressen. Und dort sind sie massiv, massiv günstiger. Und sie beschweren sich trotzdem noch. Alrighty. So. Also, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Dieses ganze Gepläre und Geblümpel. Warum? Wozu? Das wäre, glaube ich, ein Thema für einen anderen Plankenschlag. Können wir mal über so diese Shops und so reden. Finde ich. Das wurdest du ja schon immer. Ja, ja, eben. Für den grauen Markt. Das sind halt... Von daher müssen wir da jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Im Endeffekt könnte man, glaube ich, als Fazit geben, dass das sowieso Geld immer die Rolle ist. Oder das ist doch ein Spiel. Aber dann kannst du das zu allem sagen. Ja, selbstverständlich kannst du... Natürlich kannst du das zu allem sagen. Nicht jeder kann Modelleisenbahn fahren, weil es zu teuer ist. Nicht jeder kann, weiß ich, ein Auto fahren, weil er kein Geld dafür hat. Nicht jeder kann mit der Bahn fahren. Andere Leute können sich nicht mal was zu essen kaufen. Aber wenn ich einen Rechner habe, der das spielen kann, kann ich ein Videospiel runterladen und muss nichts dafür bezahlen. Ja, und das geht dann natürlich auch noch. Aber die Beschwerde... Also ich meine, man muss nicht alles mitmachen. So wie eure Heiligkeit vorhin schon gesagt hat. Und da gebe ich ihm auch vollkommen recht, dass man nicht alles mitmachen muss. Und man kann das kritisieren. Ja, ist ja auch nicht ohne Grund die Heiligkeit. Richtig. Aber im Endeffekt wird sich dadurch eh nie irgendwas verändern. Und irgendwann akzeptiert man das sowieso. Und meistens... Also ganz ehrlich, meine Erfahrung ist... Also mach du, Salih, verzeihung. Nee, mir fällt gerade nur ein. Ich meine, man ist oft gar nicht gezwungen, diese Gro... Das ist eigentlich, wenn du genau zu diesem Zeitpunkt halt jetzt das haben möchtest, dann bist du auch oft, musst du da für diesen ganz großen Preis. Wenn man warten kann, ja, dann gibt es die Spiele auch in ein paar Monaten in einem Sale oder vergünstigt oder sonst etwas. Also man muss ja nicht... Nur weil jetzt der und der und der und der das spielt, muss ich jetzt nicht in den Laden laufen und 60 Euro hinlegen, sondern da warte ich. Bei vielen Playstation-Spielen ist das so, nach zwei Monaten kriege ich die für 40. Also schon wieder 20 gespart. Dann warte ich noch mal kurz, dann kommen sie im Shop eventuell für 19,95 im Angebot. Also das ist halt auch oft, dass nicht warten können, sondern das jetzt sofort haben wollen. Dann musst du bezahlen. Kannst du warten, hast du oft die Möglichkeit, die Sachen auch noch günstiger zu bekommen. Ganz offiziell im Laden, bei Steam, die haben ja auch genug Summer Sale, Winter Sale, Schlag mich tot Sale, also da wirst du ja zu bombardiert mit Spielen für Preise hier minus 80 Prozent. Und ich so, wow, und da sind viele gute Sachen mit dabei. Also wenn man warten kann, da habe ich Bioshock und, 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 also wirklich die Mass Effect, die Top-Titel überhaupt für ein Appel und ein Ei im Gegensatz zum Originalpreis. Ja, natürlich ist das immer noch Geld, aber wenn man warten kann, kann man die Sachen noch günstiger bekommen. Da fällt mir ein, EA ist doch wieder auf was Neues gekommen. Ein Punkt, an den ich noch gar nicht gedacht habe bei meiner allumfassenden Recherche für den heutigen Splankenschnack. Und zwar Origin Access, hat sich das jemand schon mal angeguckt? Nie. Ey, worum geht's da bitte? Du bezahlst 5 Euro, glaube ich, oder 10 Euro im Monat, ich weiß nicht genau, wie der Preis ist, und hast dann den Zugang zu ihrer, naja, Datenbank und kannst dir dann Spiele runterladen und kannst dir einfach spielen. Wie eine Videothek? Also? Sozusagen, und du musst auch nichts bezahlen, wenn du die Spiele runterlädst. Okay, wow. Das klingt auf den ersten Hörer, sehr gut. Der Haken an der Sache ist, es ist nicht die ganze Origin-Bibliothek, das heißt, all die neuen Spiele, die rauskommen, sind da gar nicht mehr drin. Momentan sind dann Sachen drin, die du bei Origin sowieso schon kostenlos manchmal bekommen hast, also so Glados, nee, nicht Glados, Glados war was anderes, Godos, glaube ich, ne, oder? Nee, nee, Gott, weiß ich nicht. Dieses Peter Molyneux-Spiel, das erste, Populous, so, Populous, oder, ähm, Janken, ich glaube, Dark Age, nicht Dark Age, Dark Age, Origin. Du meckerst schon wieder, Slabby. Ich mecker? Das ist doch wieder so eine Geschichte, ja, gab es vielleicht mal irgendwann irgendeins von diesen Games umsonst und so, aber 5 Euro ist jetzt ja nicht die Welt, also für diejenigen, es wird mit Sicherheit Käufer geben, für die das passt, ja, das ist ja wieder so ein, äh, und für andere halt überhaupt nicht, ja, also, ähm. Ja, aber es klingt auf den Ernst, ne? Ja, es ist ein Angebot der Firma, äh, was ich legitim finde, ne, also, ob man es macht, also, ich würde es jetzt nicht machen, also, für mich wäre das jetzt kein Deal, ne. Aber ich habe ja, ich habe ja nicht gemeckert, ich habe ja nur gesagt, das ist eine Idee, die ist vom Grundprinzip ganz gut, und das könnte man vielleicht, stellt euch vor, Steam würde plötzlich damit ankommen, und du könntest, Steam-Spiele sagen, die würden sagen, okay, ihr zahlt uns 5 Euro im Monat, und alle Spiele, die vor zwei Jahren rausgekommen sind, werden freigeschaltet für die Datenbank, und die darfst du dann spielen. Also, äh, das soll ja irgendwie monatlich sein oder so, alle Wall-Spiele anzeigen, also, hier gibt's Battlefield 4, Dragon Age Inquisition, Battlefield Hardline, Battlefield 3, SimCity, FIFA 15, Need for Speed Rivals, Dead Space, Dragon Age 2, äh, Dead Space 2, Dragon Age. Holy Schmidt! Die sind alle dabei? Ja! Also, hier sind, Und deswegen finde ich das nicht schlecht. Also, ganz ehrlich, pass auf, Slappy, pass auf, hey, ho, ha, ho! Du gehst zu Netflix und bezahlst, äh, 10 Euro für einen Monat, okay? Da kriegst du auch keine Kinofilme. Und das Angebot für 3 Euro in einem Monat, leck mich an den Füßen, das ist eine ganze Menge. Also, schon allein für Battlefield 4, Multiplayer, Dragon Age, 80-Stunden-Spiel, SimCity, läuft mittlerweile auch akzeptabel, mit Fehlern und so weiter. Ist aber dann wie ein Abo, ne? Also, so lange, wie du es bezahlst, so lange kannst du die Sachen auch nutzen. Ja. Finde ich super. Ja. Warte mal, ist da Inquisition ist dabei? Ja? Nee. E? Dragon Age Inquisition. Also, das ist doch super. Naja, ist ja schon anderthalb Jahre alt, ne? Aber wahrscheinlich willst du, dass du die Addons dann wieder was bezahlen willst. Aber das ist in Ordnung, also, das ist, wow. Also, ganz ehrlich, das ist, das, 4, 5, 4 Euro waren das? Völlig in Ordnung. Finde ich das, das System finde ich gar nicht verkehrt. Also, ist das Abo auch kündbar, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja gut. Einfach lesen. Also, muss man Urlaub nehmen? Lesen hat noch keinem geschadet. Also, so wie ich das verstehe, ist das wie bei allen Dingen, also man kann das kündigen, ich denke mal zum Monatsende immer oder innerhalb eines Monats und dann kann man halt nicht mehr auf die Spiele zugreifen. Fertig. Dann ist es vorbei. Das ist wie bei Netflix, wofür ich übrigens nur 7,99 Euro bezahle. Entschuldigung, ich habe zwei Rechner gekauft. Also, für zwei. Ja, ich auch. Oh, du, du Fuchs, du. Du Fuchs. Naja, und, ja, aber nur noch bis August, das haben sie gemerkt, jetzt muss ich dann auch mehr bezahlen. Aha, also doch kein Fuchs. Ja, ja, nee, kein Fuchs. Und, äh, das ist eigentlich ganz legitim, ne, das funktioniert ganz gut und, ähm, ja, ist doch ein tolles Ding. Die, die können Reste-Rampe-Verwertung machen, ja, aber der Preis ist okay. Wenn das jetzt 10 Euro kosten würde, weiß ich nicht, dann wäre es, naja, im Grunde genommen, ne, das spielt man, macht man drei Monate, hat 30 Euro ausgegeben und alle Games gespielt. Fertig, kann man auch mal. Oh, das War of Mine ist übrigens auch noch mit dabei. Also, ganz ehrlich, ich finde das echt nicht verkehrt, das Angebot. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Es ist nicht, es ist nicht das Neueste vom Neuesten, aber du hast halt, also, wer weiß, was, vielleicht ist das ja monatlich rotierend oder sowas, aber für vier Flocken, vier Euro, okay, vier, und das ist nur Triple A? Ja. You got me. Reste ist nur aufs Jahr, sind 48, also für 48, äh, ich hab für meinen Dragon Age Inquisition 60 bezahlt, das Hauskampf. Wollte ich grad sagen. Ne, also, äh, ja, ich find das super. Man muss halt ein bisschen gucken, man muss ja nicht immer die vollen Preise zahlen. Und wenn man nicht immer das aktuellste, neueste, gerade spielen, öh, es gibt fantastische Spiele für einen Apfel und ein Ei. Da soll mal einer sagen, äh, irgendwann, die Frage ist halt wieder, ob da ein Haken ist. Weiß man ja jetzt nicht, ne? Also, so auf den ersten Blick, so wie wir gesagt haben, ist es ja, find ich, ist es gut. Und, äh, also, da soll mal einer sagen, ey, hier ist ein Scheißladen, okay? Nur mal so nebenbei. Wer auf die, ohne Witz, wer auf die Idee gekommen ist, oder das bei Steam irgendwann macht, den knutsche ich den Arsch. Weil diese Idee ist echt, dieses Abonnier-System, so wie bei Serien und Filmen, das ist echt gar nicht verkehrt. Ja, find ich auch gut. Da ist dann halt wieder die Frage von Finanzierung und sowas. Aber das System, sag ich mal, diese ganzen, ich nenn sie jetzt mal nicht so wertvollen Spiele, finanziell gesehen, wenn du die alle in so ein Paket reinballern würdest, würde man es denn kaufen. Das gab es früher schon von Sony, ne? Also Sony hat da, glaube ich, mit angefangen. Du konntest vor 10, 15 Jahren bei Sony schon, ähm, über so eine monatliche Gebühr die ganzen MMOs spielen, die Sony hatte zu dem Zeitpunkt. Und, äh, das ist im Grunde genommen jetzt eine Folge davon. Aber bei Steam, ich würde bei Steam 19 Euro bezahlen im Monat, 1990 so. Das wäre so mein Ding und dafür dann alles, was Steam hat. Ja, für alle, ja, ja. So 19 Euro, da wäre also jetzt 3, 5 oder 10 zu wenig, weil einfach zu viel gutes Zeugs da drin ist im Steam. Aber so 20 Euro, vielleicht sogar 24, 90, aber da wäre auch mal eine Schmerzgrenze. Aber, aber dann eben für alle und, äh, solange man das bezahlt, hat man alle, ja. Und die, die man einzeln kaufen will, kann man ja trotzdem weiterhin kaufen und die behält man dann auch für immer. Aber eigentlich braucht man es ja nicht. Ich meine, Spiele, die man vor 5 Jahren mal gespielt hat, die habe ich bei mir in der Steam-Bibliothek und die fasse ich ja nie wieder an. Also insofern ist dieses Modell eigentlich nicht schlecht. Vielleicht wird es das ja irgendwann geben. Ich meine, ich lese gerade, Humble Bundle im Chat. Da ist, äh, ist das da auch so mit dem Abonnieren? Ich weiß, ah, ja doch, es gibt Humble Bundle im Mantle. Ja, das gibt's. Aber da weißt du vorher nicht, was du bekommst, ne? Also bezahlst du für einen Monat. Genau. Und dann kriegst du im nächsten Monat einfach ein Paket aus 6 bis 10 Spielen oder was. Waren aber im ersten Monat schon ganz schöne Brocken dabei. Also ich habe mir das mal angeguckt. Weißt du dieses Monat-Dings? Weiß ich, ne? 12 Dollar oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also 10 ungefähr. Schaut, naja. Deswegen das, also Humble Bundle, bei Humble Bundle habe ich meine Steam-Bibliothek um sehr, sehr viele Spiele, die ich nie gespielt habe, erweitert. Dann ist halt Humble Bundle. Ja, aber ich glaube schon, wenn man so, wenn man, wenn Steam sowas machen würde, glaube ich schon, dass die Millionen Abonnenten generieren würden. Also das würde, also weil das ist, ist eine logische Konsequenz, ne? Und das hat sich ja auch bewährt, äh, bei den, äh, VOD-Diensten. Also da, da funktioniert das seit Jahren. Und da fahren alle gut bei. Ja. Also ich finde die Idee ganz gut. Die Frage ist halt wieder, was steht im Kleingedruckten drinne dann? Das muss man sich dann halt mal genauer angucken. Aber Humble Bundle zum Beispiel finde ich auch persönlich ist sehr, 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 sehr geil. Finde ich sehr, ist, ist eine sehr schöne Sache. Nur nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren. Ja, aber da weißt du vorher nicht, was du kriegst. Und wenn du dann nur Sachen kriegst, die du spielen magst, dann ist es verloren. Du kriegst ja auch sonst so ein Paket, oder? Genau. Einzelne gekauft. Du musst nicht dieses Monatspaket kaufen, sondern es gibt die aktuellen, also das gerade aktuelle, dann gibt es, glaube ich, das Wochenpaket und es gibt dieses Monatspaket. Also du kannst ja auch das aktuelle gerade nehmen, wo du eben für vier kriegst du halt jetzt auch die ersten fünf, zahlst du sechs, kriegst du die unteren drei noch mit dazu und zahlst du zehn, bekommst du halt alle komplett, die da stehen, wo da meistens so ein Verstecktes ist oder wo dann Coming Soon da steht oder so. Aber da sind auch oft Angebote dabei, der Haut, da, und jetzt muss ich sagen, da blutet mir das Herz, dass so tolle Spiele so verramscht werden. Ich hoffe, die haben schon ihr Geld gemacht. Das ist so, wow, diese genialen Titel, so im ersten Moment, die gehen immer, was? Viele Euro, du kriegst die alle? Wahnsinn. Ja, aber das rechnet sich, das rechnet sich, sonst würden sie es nicht machen. Ja, natürlich rechnet es sich, aber es ist so im ersten Moment, die verramschen mein Spiel. Das habe ich mir am Anfang gedacht, wie funktioniert denn, aber es ist toll. Ja, die Masse, die Masse bringt das dann wieder hin. Ja, und das ist meistens Spiele, die... Und das kaufen dann, weil das so billig ist, kaufen das auch Leute, die sonst nur kopieren würden, zum Beispiel. Also da kriegen sie auch die noch, die sonst eigentlich nichts ausgeben würden. Da bin ich als Consolero schon wieder außen vor mit dem, gerade mit der Playstone, da so dieses, das ist ja bei der Playstation jetzt nicht so, dass sie es kopieren. Und die ersten Humble Bundles waren ja auch noch ohne diese Extraschritte. Also die ersten Humble Bundles waren tatsächlich so, du hast da diese 5 bis 10 Spiel gehabt und durftest dir einen Preis aussuchen. Das ist auch für 0 Euro. Das habe ich nicht verstanden, dieses System. Du kannst quasi sagen, okay, hier habt ihr 5 Euro und dann gebt ihr bitte 2,50 Euro für Charity, 2 Euro für die Macher der Spiele und 50 Cent könnt ihr euch noch dazu stecken. Du hast bezahlt, was es dir wert ist, nicht wahr? Genau. Und das, das finde ich so unglaublich schwer, weil ich das aus, 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 nach, also ich würde, ich würde mich dort schämen, da nur so 5 Euro zu geben und dann diese wahnsinnigen Zitteln zu nehmen, das ist, weiß ich nicht, da bin ich anders. Ja gut, aber dann musst du dir denken, okay, ich habe jetzt gerade nur 5 Euro, entweder ich gebe euch jetzt wenigstens die 5 Euro dafür oder halt nix. Ist ja super, dass es das gibt, aber es gab sicher auch welche, die das an so gedacht haben, wie ich so will. Gut, aber dafür gab es Leute, die gesagt haben, nö, kostenlos geil, nehme ich. Ich nehme es gleich zweimal. Aber das ist trotzdem gut, ist trotzdem gut, das ist auch noch ein Thema, ne, Piraterie und so, ist natürlich kacke, weil die Leute setzen einen Preis an und den wollen sie auch dafür bezahlt haben, aber man muss auch sagen, dass die Leute, die die Sachen illegal runterladen und es dann spielen, wenn es dem, wenn das Spiel demjenigen gefällt, dann ist der trotzdem immer noch eine gute Marketing- und Werbemaschine für dieses Spiel, weil der geht dann zu Freunden hin und sagt, ne, die laden sich das dann auch runter. Wollte ich gerade sagen, was ist das für ein Tülle, ein USB-Stick, was geht denn los bei dir, vielleicht, bist du, ganz ehrlich, du lädst dir das runter, ja, pass auf, ich gehe zu Error, ey, Error, ey, gestern im Stream gespielt, ne, richtig geiles Spiel, habe ich mir richtig fett runtergeladen, fatter Server, du, du gehst dir das für 60 Euro kaufen, verstehst du, aber das Spiel, das Spiel ist richtig geil, aber du darfst das nicht runterladen, Mann, du musst dir das, du musst dir das kaufen, verstehst du, den Link gebe ich dir nicht. Okay, ich habe so lange gegoogelt, du kriegst den Link nicht. Du kommst und unterstützt für mich mit. Da gehst du, machst du das auf USB-Stick hier mal gehassel. Also, Slabby, jetzt sei mal ehrlich. Bin ich, ich habe Studien darüber gelesen, die genau das sagen. Ach so, von amerikanischen und englischen Forschern oder was? Okay, pass auf, pass auf, wir machen, wir machen. Es ist natürlich nicht so, dass, wie du es jetzt gerade lustig erzählst, aber es ist so, dass Leute dieses Spielen rausgehen und jedem erzählen, wie cool sie dieses Spiel fanden, was sie gespielt haben und darunter sind dann wieder Leute, es ist stinknormale Mouth-to-Mouth-Werbung oder wie man auch immer das nennt. Und dadurch wird einfach ein Spiel auch gleichzeitig vermarktet, auch wenn sie kein Geld dafür bekommen. Und natürlich laufen Leute rum mit CDs in der Hand und wimmeln und geben anderen Leuten wieder das Geld. Aber so wird dieses Spiel halt rausgebracht. Heute nicht mehr. Heute hast du die ganze Halbmaschinerie mit Steam und allem drum und dran und du kannst dir das Spiel angucken auf Twitch. Aber früher war es so. Bevor es Twitch gab, bevor es Let's Plays auf YouTube gab, gab es nur Spielemagazine und nicht jeder Hinack hat Spielemagazine gelesen, sondern sie haben es sich im Internet runtergeladen. Ja, wir sind auch besonders. Und früher wurden tatsächlich eben über auch Raubkopien Werbung für die Spiele gemacht und unter 100 Leuten, die es sich runtergeladen haben oder den 10 Leuten, denen ich es gesagt habe, hat es sich vielleicht einer runtergeladen oder gekauft und fand es gut. Und dann hat der Publisher oder der Entwickler immer noch mehr Geld gemacht, als hätte ich es mir nicht runtergeladen. Also unser Maus-to-Maus früher sah so aus. Da ging eine einzige Festplatte, die wir alle mal gekauft haben. Ja, wir haben gemeinsam in der Schule eine Festplatte gekauft und die ging rum wie die nackte Inge in der Zeitschrift früher. Okay? Ehrlich? Jeder hat sich... Na, Siggi, einer hat das runtergeladen und alle haben das auf der Diskette rumgekriegt. Maus zu Maus. Slappy, bist du denn bescheuert? Oder wie blöd hältst du denn die Leute? Wen haben die denn da studiert? Wen? Ganz ehrlich. Für umsonst, okay? Pass auf. Das Ding ist halt, wer ist denn bitte so beknallert in seiner Birne, dass er, wenn von seinem Kumpel was umsonst kommt? Um, umsonst, okay? Umsonst. Also pass auf, du kaufst das jetzt oder was? Ich habe seit fünf Jahren kein Spiel mehr raubkopiert. Ich habe auch nicht, ich habe auch alles gekauft, aber verstehst du? Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir eine Spieleempfehlung gibt, die er selber raubkopiert hat, die würde ich trotzdem nicht annehmen, sondern ich würde mir das Spiel kaufen. Wenn er sagt, ey, das ist ein gutes Spiel und ich vertraue dem Kollegen, dann kaufe ich es mir. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt verstehe ich. Das ist wie, wenn einer sagt, ey, ich habe mir den und den Film da und da angeschaut, wo du nicht anschauen darfst. Genau, und der läuft dann ins Kino. Da bin ich jetzt wirklich der Typ, der sagt, okay, aber ich kaufe mir dann den auf TV, weil ich ihn mir dann immer wieder und wieder angucken kann. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist aber ja trotzdem genau derselbe. Das machen aber Erwachsene, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, Erwachsene Leute, die bezahlen dafür Geld. Ja. Das ist halt wieder genau dasselbe. Leute, die Finanzen haben und Leute, die nicht Finanzen haben. Und ich finde beide Wege völlig in Ordnung. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Weil nämlich Leute, die erwachsen sind, das mitbezahlen. Weil es klingt jetzt so, als würdest du davon ausgehen, dass Leute, die Geld haben, nicht was mit Leuten, die kein Geld haben, zu tun haben. Nee, das habe ich gerade nicht so... Ja, aber eben. Und die vermengen sich. Und da ist einer, der kein Geld hat, der sagt aber einem, der Geld hat, ey, das Spiel ist richtig geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da zwei Monate dran gespielt. Ich finde es eigentlich schade, dass ich kein Geld dafür bezahlt habe. Und er kommt da, okay, ich gucke es mir mal an, finde es auch geil, kauft es. Slebi, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Umsonst. All righty? Ja. Aufs Haus. Aufs Haus ist aufs Haus. No matter what. Das Ding ist halt, wir zum Beispiel, wir können das nicht machen. Weil wir sind in der Öffentlichkeit. Wir müssen das kaufen. Ich sage dir, ich sage dir das klipp und klar. Wie Kloßbrühe. Wenn Error zu mir kommt und sagt, hier, ab und auf geht's. Es ist halt, das ist halt das Prinzip von umsonst. Verstehst du? Das Ding ist halt, wir können es nicht machen. Und ich will es nicht tun, aber ich nehme mich als Beispiel. Weil ich sagen würde, wenn ich diesen Job nicht hätte und ich das vielleicht mir nicht leisten könnte, warum auch immer, yadi, yadi und ich könnte mir die 60 Euro sparen, würde ich das Ding in die Tasche nehmen und dann ist das fertig. Ab ist sehr lax. Und ich bin mir sehr, ich bin mir sehr sicher, dass ein sehr, 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 sehr hoher Prozentsatz an Menschen das auch tun würde. Und dieses Mauts-zu-Mauts-Propaganda, wie du das schön nennst, ja. Wie gesagt, wir reden hier gerade über eine Zeit vor YouTube und vor, ne, also. Und wenn Error, ich sage jetzt nicht Error-Raub-kopiert, aber sagen wir Error. Das sage ich ihm. Hat ein Spiel sich illegal erworben und hat es gespielt und fährt es richtig gut und du hast von dem Spiel noch nichts gehört und du hättest nie was von dem gehört. Er kommt zu dir und sagt dir jetzt, ey, das Spiel ist geil. Du kaufst es dir, spielst es für 500 Leute und von den 500 Leuten kaufen sie es wieder. Und so hast du einfach den Schneewahleffekt, nur weil er es sich jetzt illegal runtergeladen hat. Ein Mann. Du suchst ja nur nach dem Weg, eine Raub-Kopie zu rechtfertigen. Eben, wollte ich versagen. Nein, ich rechtfertige doch nicht. Ja, natürlich. Ich habe keine Raub-Kopien. Was anderes ist das doch nicht. Ich rede nicht von heute. Oder vielleicht doch, aber nein, nein, Raub-Kopien sind scheiße. Ich habe, wie gesagt, ich Raub-Kopiere nicht. Ich habe meine Spiele gerne in meiner Steam-Bibliothek. Da sammle ich meine Spiele. Apropos Fast-Raub-Kopie. Hubble Monthly habe ich gerade mal geguckt. Das kostet ja nur 12 Dollar. Und die haben hier im aktuellen, hauen die ARC raus als Early Unlock schon. Das kriegt man dann sofort. Ich meine, ARC kostet doch heute immer noch 30 oder nicht. Ich meine, das ist doch krass. Und dann kriegst du auch noch sechs Spiele drauf zu irgendwie. Die können ja totaler Schrott sein. Das ist doch Wurstand. Hast du es noch nicht gekannt? Bumble, Bumble? Nö, kann ich nicht. Ja, ich kenne sowas ähnliches für Mac. Da gibt es so Tools und so. Also das lohnt sich auch immer. Nach dem selben Prinzip gibt es das jahrelang schon für Mac. Aber als Gaming-Ding kannte ich nicht. Finde ich interessant. Ist ja günstig. Ich meine, 12 Dollar im Monat. Selbst wenn du es jetzt nur einen Monat machst, kannst du dafür mal eben ARC abstauben. Das kostet bei Steam 30 oder was. Ich warte, ich habe gehört, das soll eventuell für PlayStation 4 erscheinen. Ich bin ja auch so ein Steam. Also wenn ich mir was, ich kaufe mir ja nicht so viel, aber wenn ich was kaufe, kaufe ich es bei Steam. Obwohl ich selber bei mir auf der Seite so einen Moga-Link habe. Aber ich bin einfach zu faul für diesen ganzen Scheiß. Bei Steam brauche ich bloß einmal klicken und dann ist das erledigt. Kann ich kurz bitte mal Twitter zitieren, okay? Also klauen ist okay, wenn ich danach anderen erzähle, wie cool das war. Slappy, du bist gefragt. Ihr macht euch doch nur lustig jetzt über mich. Absolut nicht. Slappy, wir sind voll auf deiner Seite. Ich wollte nur einfach, ich mag es, Dinge einfach differenziert zu betrachten. Und ich wollte einfach mal einen Grund für Raubkopien in die Welt schmeißen. Man muss es ja nicht immer nur schwarz malen, sondern ja, das hat seine Begründung, ist irgendwo gut. Ach so, Slappy, ist das dein Ernst gerade oder was? Was meinst du, warum die ganze Scheiße so teuer ist, Mann? Wegen dieser Scheiße. Wegen Raubkopien. Na, aber sowas von, Mann. Natürlich. Ne, 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 jetzt erzählt ihr mir nämlich Propaganda hier. Das ist reine Propaganda. Das ist so wie... Es wird von vornherein drauf kalkuliert, dass ein hoher Prozentsatz als Raubkopie weggeht. Nein, 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 das glaube ich nicht. Und das ist in der Kalkulation enthalten. Das macht jede Firma. Nope, das glaube ich nicht. Das ist so wie Hollywood erzählt seit Jahren. Raubkopien von ihren Filmen machen die Kinokarten teurer. Dabei sind die Kinokarten einfach zu teuer, damit man heute neu ins Kino geht. Das ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Das wird eingepreist. Das ist völlig normal. Nein, 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 nein. Du musst dir mal eine Kalkulation ankommen. Das wird im Leben nicht eingepreist. Natürlich. Nein. Slebi, ganz ehrlich, ich klau dir das nächste Mal irgendwas aus deinem Haus, okay? Und ich erzähle meinen Kumpel... Erzählst du um dir? Oder ich erzähle Sally und die klaut auch was bei dir aus dem Haus. Und dann guck mal, ob das okay ist. Das ist Diebstahl, okay? Das ist nicht rechtlich. Ja, natürlich. Und das kann man nicht recht... Man kann Unrecht nicht rechtfertigen. Es tut mir leid, Slebi, aber es ist einfach so. Es ist... Jeder hat damit was zu tun, okay? Und mittlerweile ist es wirklich schon so weit, dass das nicht mehr so teuer ist, okay? Man kann effing Netflix für ein 7,99, wenn man sich klug anstellt, gucken. Und da kriegt man unfassbar viel Scheiß, okay? Und ein 10er oder ein 8er oder ein 9er... Ja, okay, vielleicht ist es für dich nicht relevant. Dann geh bitte ins Kino deiner Wahl, in irgendeinen Keller, wo, weiß ich, Bibi Blocksberg Unchained läuft oder so. Okay? Aber du kriegst... Nein, nein, nein. Nein, wir haben 2016 und die beste Methode, immer noch Filme zu sehen, ist die Videothek. 2016. Oder sowas. Aber du musst heutzutage, musst du nicht mehr illegal agieren, weil es ist noch erschwingendig. Das stimmt. Nicht zu den Zeiten, so wie wir es machen, gleich kaufen. Das ist einfach mal Luxus, okay? Ja. Und alles andere kriegst du hinterhergeschmissen ab irgendeinem Preis. Und es lohnt sich nicht mehr, Raub zu kopieren. Man spart nicht mal was dadurch, okay? Man kann zu Spotify gehen für 9,99 und diese Bibliothek ist unfassbar riesig. Dein Google Music, unfassbar riesig. Raub kopieren lohnt sich gar nicht mehr. Ja. Das ist einfach... Raubkopien lohnt sich nicht. Da sparst du nichts mehr. So, sorry, aber ist so. Ja. Der Aufwand zum Beispiel, ein Spiel heutzutage zu installieren, illegal, ist unfassbar riesig. Das ist nichts mehr mit Excel rüber kopieren und ab geht die Luzi. Ich glaube, heutzutage geht das sowieso gar nicht. Mehr. Ich glaube, die ganzen Cracker-Gruppen melden sich sowieso einer nach dem anderen ab, weil es mittlerweile unmöglich wird, die Spiele zu hacken. Hey, cracken. Von daher. Sofern ich das jetzt verstanden habe. Ich habe die ganze Zeit den Kopierschutz von Monkey Island vor. Dieses Rad. Die Scheibe, die man so drehen muss. Der Hut passt zu dem und dem und das musstest du dann so eingeben. Dieser Kopierschutz, der ist legendär. Ja, das stimmt. Seitdem wir darüber sprechen, sehe ich die ganze Zeit die Drehscheibe von den Monkey Island Spielen. Das ist schon... Ich glaube, ich habe sogar noch eine. Okay, darf ich bitte was zitieren aus dem Chat? Erzähl mal einem Hartz-IV-Menschen, das zocken erschwinglich ist. Wo ist der Fehler? Schon alleine in der Aussage ist ein Fehler drin. Ein Hartz-IV-Mensch sollte nicht zocken, sondern sollte sich darum kümmern, seinen Lebensstandard zu erhöhen. Jetzt wird es sehr gesellschaftlich, aber... Also ich will dazu nichts sagen, aber zocken, Computer haben, ist ein Luxus. Und Hartz-IV-Empfänger sind... Entschuldigung, aber das ist halt minimaler Standard, den man hat. Und da gehört das nicht mit rein. Von daher ist diese Aussage, Entschuldigung, schmacht es nicht. Stimmt. Außerdem sollte ein Hartz-IV-Empfänger sich darum kümmern, Arbeit zu finden. Und die findet man auch. Man muss nur den Arsch hochkriegen. Aber das hat damit nichts zu tun. Aber diese Aussage ist blödsinnig. Manch einer kann nicht... Manch einer kann nicht arbeiten. Okay, der kriegt das als... Ja, aber dann ist er erkrankt. Also nicht was anderes. Das ist wie... Reden wir über Spezialfälle. Aber das lassen wir lieber hier raus. Aber ganz kurz. Aber wenn du ein PC dastehen hast, haben wir gerade darüber gesprochen. Keine 5 Dollar. Humble-Bumble. Und du kriegst... Also... Hmm... Hmm... Jetzt kommt... Ja, okay. Lasst uns bitte diese Themen nicht anfassen. Weil jetzt kommt wieder... Jetzt kommt wieder irgendwer... Die Spiele sind Kulturgut, ja. Soweit kommt das noch. Okay. Oh Mann, oh Mann. Aber das Thema ist das falsch. So. Da hast du viel zu viel Trolle. Ich hab den Vorbestellerbonus reingeschmissen. Ja. Haben wir noch... Sind die da eigentlich... Das wollte ich... Das hab ich nicht... Entschuldigung. Aber haben die davon wieder Abstand genommen? Wofür? Ja, Deus Ex. Ja, ja. Sind die ganz davon zurückgetreten wieder? Sofern ich das verstanden hab. Ich weiß nicht. Ich hab mich da nicht so viel mit beschäftigt. Weil ich bin... Wär da sowieso nicht drauf reingefallen. Ich find's schade, weil ich von Deus Ex, vor allem von dem Nächsten, so viel erwarte. Erwarte? Satz zu Ende. Ähm... Und dann ein bisschen überrascht über das Marketing war. Aber, ähm... Ich bestell's mir vor. Ja, ich natürlich auch. Wenn ich weiß, dass mir das Spiel auf jeden Fall gefallen wird, bestell ich's vor. Zelda, Dark Souls. Ne? So Spiele, wo ich weiß, okay... Dark Souls, Final Fantasy... Und also alles, was ich eigentlich so spielen möchte und... Kann mich nicht enttäuschen. Aber, ja. Enttäuschung hin oder her. Jedes Spiel... Darf gespielt werden. Ja. Aber ich bestell viel vor. Ähm... Ich hatte noch ein Thema. Ja, dann hau raus. DLCs. Oder zum Thema DLCs. Äh... Hatte ich... Letzte Woche irgendwann mal kurz so einen Gedanken, so einen Shower-Thought gehabt. Den ich bei Twitter... Hast du in der Dusche nachgedacht? Ja. Aber ich dachte... Was machst du denn unter der Dusche? Ich style mein Bad. Achso. Ja gut. Ich nicht. Wie man sieht. Ähm... Ne. Nein, so ein... Keine Ahnung, ob ich den unter der Dusche hatte. Oder im Bett. Oder wo auch immer. Ähm... Als ich... Als ich auf die Rolex geguckt hab, weißt du, als er mir den Dom Perignon fast aus der Hand gefallen ist, dachte ich darüber nach, dass ein Season Pass... Und das hab ich auch getwittert. Aber liest ja keiner. Ähm... Ein Season Pass... Sollte... Ich weiß alles, was du twitterst. ...nur so lange kaufbar sein, bis das erste DLC rauskommt. Das ist meine Meinung. Moment. Ein Season Pass... Genau. Also ich versteh's nicht, dass er noch zu haben ist. Das ist ja bei den Telltale Games, ist das ja immer noch so, obwohl alles schon draußen ist. Okay, Telltale Game ist ein besonderer Fall mit Season Pass, weil da kaufst du quasi das ganze Spiel. Das ist das Season Pass. Ich glaub, das kommt sogar daher, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann wurde es quasi auf DLCs übertragen. Ah. Wo ich beziehe mich da jetzt auf DLCs, nicht auf die Episoden-Spiele, wo du alle Episoden in einem Paket kaufst, sondern DLCs. Für eben sowas wie The Witcher, Fallout 4 oder so. Sollten nur so lange kaufbar sein, bis das erste DLC rauskommt. Und nicht länger. Finde ich logisch. Dadurch, dass du es auch hinterher kaufen kannst, obwohl alle DLCs schon draußen sind, ist es nur ein billiger Marketing-Trick, mit dem sie quasi, also mit dem sie, der böse Mensch, mit der quasi die Publisher erzwingen, dass die DLCs quasi noch teurer sind, als sie eigentlich sein müssten. Meiner Meinung nach. Aber der Season Pass bedeutet doch eigentlich nur, dass du, es ist eigentlich ein Gesamtpaketpreis. Entweder sagst du, nee, den Season Pass möchte ich halt nicht haben, sondern mich interessiert jetzt von diesen fünf DLCs, interessiert mich nur zwei. Ja. Und diese zwei kosten eventuell weniger als der Season Pass. Genau. Da kaufe ich mir halt nur die zwei. Genau. Und wenn du im Nachhinein alle DLCs haben möchtest, könntest du ja ein Komplettpaket kaufen an DLCs. Ich glaube, das haben die mit übernommen. Also Season Pass ist automatisch Komplettpaket. Genau. Und für mich ist eigentlich, so habe ich die Idee damals verstanden, der Season Pass quasi wie so eine Spekulation, dass die DLCs gut werden. Und dadurch müsste der Season Pass ja an sich, wenn es so funktionieren würde, wesentlich billiger sein, weil du darauf spekulierst, dass gute DLCs kommen. Schau? Echt? Ja. So hatte ich das am Anfang verstanden. Okay, die Serie wird gut, also kaufe ich mir einen Season Pass, weil ich irgendwie vertraue, dass es gut wird. Und dadurch kostet es vielleicht einen Season Pass, wo du 30 Euro sparst oder so, nur 10 Euro. So habe ich noch nie gedacht. Habe ich irgendwie so verstanden. Und deswegen fände ich es gut, wenn das tatsächlich so wäre. Aber das ist meine Meinung. Ich habe immer gedacht, der Season Pass ist einfach der Preis, den ich vorzeitig für alles bezahle. Nein, nicht für alles, sondern für eine Season sozusagen. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Season Pass. Genau. Für die zweite Season. Ach so. Ja. Also, das muss nicht alles mit einbehalten sein. Also, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dieses Jahr macht Witcher, du weißt, was weiß der Geier, kündigt zwei DLCs an. Und nächstes Jahr fängt bei denen die neueste Season an, ist das nicht mit inbegriffen. Und der Season Pass, was viele immer glauben ist, alles, was jetzt danach rauskommt, kriege ich. Aber ist gar nicht so. Nee, ist nicht so. Nee. Aber, jetzt kommt das kleine, aber feine, aber im Season Pass muss aufgeführt werden, was noch rauskommt. Ja. Das muss definitiv aufgelistet werden. Und das ist Pflicht. Aber, es muss nicht alles rauskommen. Also, in dieser Season. Ja. Alles, was jetzt nicht da drin aufgelistet ist, muss man nicht bekommen, wenn das danach rauskommt. Also, wenn ich mir jetzt einen Season Pass für die nächsten drei Story-DLCs hole, dann, ja. Kriegst du die drei. Ja, natürlich. Aber wenn dann jetzt zusätzliches Klamottenzeug kommt, und, 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 muss da drin stehen. Dass ich dafür extra zahlen muss, das ist mir, ja. Wenn das da nicht drin steht, musst du das kaufen. Ja, sicher. Ja. Und wenn das vierte DLC kommt, Aber diese Spekulationen, das dann, das, das, das hab ich noch nie so verstanden, wie Slappy das jetzt gerade geschildert hat. Als ich das erste Mal von Season Passes gehört hab, hab, hatte ich das quasi so verstanden. Dann dachte ich, oh cool, ich kauf mir jetzt den Season Pass, der quasi mit dem Spiel gleichzeitig rauskommt, oder den ich sogar im Paket mit dem Spiel raus, ähm, zusammen kaufe, und sobald das erste DLC raus ist, äh, verfällt der sozusagen, also kann ich ihn nicht mehr kaufen, sondern hab dann quasi ne, ne höhergestellte, naja, ne, die, 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 ähm, das Recht sozusagen, alle DLCs mir kostenlos runterzuladen, so wie es jetzt zum Beispiel bei Witcher war. Da hab ich mir auch direkt das Komplettpaket gekauft, für irgendwie 80 Euro hat das gekostet, und jetzt konnte ich mir quasi alle DLCs, die es rausgehauen haben danach. Da waren natürlich auch ein paar kostenlose, die ich sowieso bekommen hätte, aber, ne, da kommt sogar noch eins, äh, konnte ich mir alle im Steam Shop, äh, runterladen, nach und nach. Aber dadurch, dass es quasi, ähm, immer noch erhältlich ist, obwohl alle DLCs schon draußen sind. Hm, ich, hm, was ja gerade aktuell ist, ist das von Fallout. Hast du das mitbekommen? Mhm. Dass der Season Pass, der ist ja mit Fallout auf den Markt gekommen, ich glaub für 29,95, und der wird jetzt nur noch bis zum, bis nächste Woche, also bis Ende des Monats, so viel kosten. Danach, äh, wird er 49,95 kosten. So. Ja, jetzt die Frage, wie lange ging der Season Pass? Ist das vielleicht ausgelaufen? Nein, nein, nein. Ich hab, die haben schon gesagt, nein, ist, glaub ich, noch gar kein DLC rausgekommen. Die kommen ja erst noch. Also, wenn du ihn bis jetzt kaufst, dann ist es in Ordnung. Und ansonsten, weil sie da irgendwie falsch kalkulieren, ich hab, ich bin da, ich hab das selber nicht ganz verstanden, aber er wird auf jeden Fall ab, äh, nächsten Monat für das Gleiche musst du aber dann mehr bezahlen. Mhm. Das Doppelte. Okay. Ja. Da müsste man halt die Gründe für wissen, dann, damit man das, äh, rechtfertigen können. Also, die werden wahrscheinlich mehr... Ja, die haben, glaub ich, gesagt, ähm, ich kann euch übrigens gerade nicht hören, also, falls jemand redet, ich rede gerade, äh, mein Akku ist leer. Ähm, ich steck gleich Kabel rein, keine Angst. Ähm, was ich nur dazu sagen wollte, ist, die haben quasi in dem gleichen Zug auch veröffentlicht, woraus die DLCs, glaub ich, bestehen sollen. Also, ein Story-DLC, ein, irgendwie, werden Mechaniken überarbeitet oder reingebracht, neue oder so und irgendwas... Das hört sich beim Patch an. Und nicht noch DLCs. Bühnmäßiges. Was? Nein, 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 nein. Ja, so, so, weißt du, ein großes, ein mittleres und ein kleines DLC. Aber ich kann mich auch irren, es kann auch sein, dass sie gesagt haben, da kommt noch mehr, das ist erstmal das, was wir jetzt gerade geplant haben. Also erstmal kommt so ein Story-Ding raus, dann kommt was für den Baumodus, kommt, genau, kommt noch was, was mich dann so überhaupt nicht interessiert, ne? Also ich, äh, und das andere weiß ich, also zwei Sachen, die mich nicht interessieren und ein Story-Ding. Erstmal. Hm. So. Kann euch übrigens doch, haha, verarschen. Hahaha. Sehr gut. Ah, ganz ehrlich, äh, ja, willkommen in 2016. So. Der wird ja vorher angekündigt, also man kann sich ja noch drauf einstellen, ne? Also ich mein, ich mein ganz ehrlich, es ist ja immer, es ist ja immer eine Strafe. Bellende Hunde sagt man ja immer, beißen nicht, ja? Auch da kommen wir wieder zu dem, zu dem Punkt, ähm, es gibt Leute, Fallout-Liebhaber, die sich irgendwann später in Fallout fliehen und die 50 Euro wahrscheinlich auch noch oben drauf packen. Ja. Äh, ganz ehrlich, wer es für 30 gekauft hat, sollte sich freuen und wer es jetzt für 50 kauft, äh, oder kaufen muss, müsste ich theoretisch auch, weil ich den nicht hab, glaub ich. Ich weiß es nicht. Na, noch könntest du. Ja. Ähm. Ich mein nur. Aber das ist halt, ich mein, wenn sie das so kalkulieren, dann haben sie das Recht dazu, das zu machen, weil niemand verbietet ihnen das. Wenn ihnen das jemand verbieten würde, würden sie das nicht tun. Äh, und wenn jemand, ich mein, ganz ehrlich, wenn irgendjemand von euch selbstständig ist und, weiß ich, Friseur ist und meint, dass seine Dauerwelle 30 Euro wert ist was kostet eine Dauerwelle? Frise? Keine Ahnung. Sagen wir Hunni, wenn einer meint, das Ding ist ein Hunni wert, weil er der geilste Masseur auf dem ganzen Planeten ist und die Bude wird voll gerannt, dann ist das so. und Bethesda hat leider, äh, so viel Macht zu sagen, 50 Euro, mach lang, zieh die Hose runter und lege ihn auf den Tisch. Ganz einfach, weil genug Fanboys danach schreien. Ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass so ein, ne, offizieller Preis für, für Season Pass dann nochmal angehoben wird. Aber ganz ehrlich, äh, bei Bethesda ist das eben im Umkehrschluss, äh, gibt es dazu dann irgendwann noch ne Game of the Year Edition geschenkt oder irgendwelchen anderen Content geschenkt oder irgendwas. Also bei Bethesda muss man ganz ehrlich sagen, also Bethesda hat nicht umsonst schon, ich glaube, mittlerweile drei Game of the Year's rausgebracht und, äh, den Namen werden sie definitiv nicht in Dreck ziehen mit sowas. Und das ist wahrscheinlich wie bei, bei Warner Brothers, wo Institutionen dahinter hängen, die ihren Namen seit Jahren mittragen, dass dort definitiv bei Batman konnte man alle Batman-Teile kriegen, alle DLCs auf dem PC als Entschuldigung, möchte ich dazu sagen. Alles. Die ganze Batterie durch. Wer das schon hatte, naja, der hat halt ins Klo gegriffen, aber, ne, das, äh, und bei, ich gehe ganz stark davon aus, dass bei Bethesda eine Kleinigkeit noch dazu kommt als Entschuldigung dafür, denn dafür sind sie bekannt. Und dieses Rumschreien, ach, ja. Das war bei Dark Souls 2 ja auch so, dass sie dann ein Jahr später das Spiel erst rausgebracht haben, was sie eigentlich versprochen hatten. Haben auch alle rumgeheult, aber ganz im Ernst, Dark Souls 2 war so ein gutes Spiel, ich hab's mir nochmal gekauft. In der DirectX 11-Version, weil, ich wusste, dass ich's nochmal spielen werde und nochmal so viel Spaß haben werde. Und am Ende hatte ich das. Sogar noch mehr. Ja, siehste. Wenn es mir das Geld wert ist, dann gebe ich's auch aus. Karak, wie ist eigentlich Nesca ausgegangen? Ich glaube, du hast die ganze Zeit so rübergeguckt. Du warst so beschäftigt. Läuft noch, sechs Runden noch. Du warst so, du warst so beschäftigt, ich wollte dich da auch gar nicht rausholen, weil ich immer gesehen, oh ja, er guckt Nesca, okay, lass ich mal machen. Hast du denn wenigstens zugehört? Ja, sechs Runden noch, dann ist das zu Ende. Der sieht ganz gut aus. Hast du denn zugehört überhaupt? Nee, den Ton hab ich nicht an. Nee, nicht von Nesca, von uns mein ich. Ja, ja, meint er doch. Ach so, ja, natürlich. Oh, Mann. Also, Leute, für euch hab ich zugehört, aber es war jetzt nicht so ein Thema, wo ich was hätte sagen können. Alright. Es funktioniert einfach nur. Da hab ich nicht so die Meinung zu. Ich bin da, bin da etwas einfacher gestrickt. Ich mach mir nicht so viele Gedanken darüber, über Season Pässe und so, weil ich hab noch nie so ein Ding gekauft und werd's wahrscheinlich auch nicht tun. Kaufst du die DLCs mal einzeln oder gar nicht? Ja. Also, wenn mich was interessiert, ja. Und außer eben bei Telltale und so, also diese Dinger, das ist halt aber auch eine andere Sache. Da kauft man ja die Episoden quasi. Ich hab jetzt auch gerade irgendwas vorbestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah ja, das ist hier The Walking Dead 3. Also, der dritte Teil quasi, der heißt jetzt nur irgendwie anders. Und da kommt jetzt ja der nächste Teil für The Walking Dead. Und das hab ich mir jetzt gerade schon mal vorbestellt. Das kommt jetzt irgendwann im März. Aber sonst kaufe ich die Dinger ja eigentlich nicht. Du meinst Walking Dead Michonne? Nee. Ja, ich glaub, so heißt das, ja. Das kommt, glaub ich, in zwei Tagen. Dienstag. Ach, dann schon, ja. Dienstag kommt das. Da freu ich mich auch drauf, ja. Ja, nun gut, ich weiß nicht, wenn wir, ich würde so gerne die Thematik, ich hoffe, wir sind überall mal reingestolpert, haben was dazu gesagt. Es war ja doch sehr. Ja, hau rein. Zwei Sachen. Ich hatte mir das noch aufgeschrieben als zwei gute Beispiele, was jetzt gerade, beziehungsweise was es schon gibt und einmal, was es jetzt bald, oder ja, jetzt schon gibt, aber bald rauskommt, ne, zu dem Origin Access, das war ja auch so ungefähr. Einerseits finde ich die Plattform Indiegogo gut, die hatte ich ja schon mal erwähnt, hier im, äh, ähm, Plankenschnack, weil man da eben als, quasi, Games-Programmierstudent quasi seine Spiele hochladen kann und wenn sie tatsächlich so gut ankommen, dass Leute daraus irgendwie ein Spiel, oder das auch wirklich spielen wollen, dann kommen sie tatsächlich auch auf die Idee, irgendwie, es zu greenlighten oder so. Das heißt, da ist so eine Plattform da, wo man quasi sein unfertiges Spiel raushaut, Leute es sich kostenlos runterladen können, a la Demo oder so und wenn es wirklich gut ankommt, dann landet es irgendwann wahrscheinlich bei Steam Greenlight, was auch eine ganz gute, eigentlich ganz gute Sache ist. Steam, ne, ist ja quasi der, ähm, Verein, der sozusagen, oder die Plattform, die Early Access erst zu Themen gemacht hat, was es ja heute ist. Early Access als solches ist ja heute nur noch, ähm, ähm, oder gibt es ja nur noch bei Steam und der wird extrem kritisiert, weil halt mega viel Mist auch dabei rumkommt, ne, Survival Games kann man, glaube ich, an der Hand abzählen, wie viel es da gibt, die einfach gescheitert sind, obwohl Leute 20 Euro dafür bezahlt haben. Ähm, da hat sich jetzt nämlich, ähm, Good Old Games, also GOG, überlegt, sowas ähnliches zu machen, wie Early Access, nur, mit Spielen, die, sie selbst kuratieren, also, wirklich selber reingucken, sind das Spiele, die es wirklich wert sind, und da kann eben nicht jeder, hin, gehen und sagen, hier, das ist mein Early Access Spiel, da habe ich zwei Stunden drin programmiert, jetzt gibt mir 20 Euro dafür, irgendwann wird's toll, sondern, GOG guckt sich die Spiele auch wirklich an, und das heißt, bei denen jetzt, ähm, Games in Development, die kann man sich tatsächlich runterladen, die haben erst eine ganz kleine Bibliothek, aber, ähm, da versuchen die so ein bisschen, die Fehler, die Steam oder Valve quasi da gemacht hat, dass sie einfach diese Plattform aufgebaut haben, ohne jemals drüber gucken zu können, ähm, eben das ein bisschen aufzubessern, und zu verbessern, äh, da sind jetzt, glaube ich, gerade so zehn Spiele drin, oder so, Starbound zum Beispiel ist einer, äh, ein Spiel, was da drin ist, oder so, und das finde ich auch extrem gut, das wollte ich auch nochmal benannt haben. Also, wenn das echt getestet wird von denen, dann, nicht, ist das echt eine gute Sache. Davon habe ich aber auch noch nie was gehört. Didi Project, ne? Äh, muss ich mir nachher mal angucken. Das hört sich echt interessant an. Mhm. Also, ich finde es gut, wenn, wenn Leute, ja, wer Stiftung Warentest, Schieß mich tot, irgendwer mal drüber guckt, und dann sagt, hey, okay, cool, äh, hört. Finde ich, finde ich echt schön, das ist eine gute Idee. Das finde ich jetzt wirklich eine, eine sehr, sehr gute Idee. Äh, ja, du hattest noch, äh, noch eine, eine weitere Sache? Nö. Okay. Hat sonst von euch noch irgendwer zu dem Thema was auf dem Herzen? Weil, äh, bei Twitter ist auch nix drinne heute, außer das Unwort des Tages ist unfassbar riesig. Keine Ahnung wieso. Also, falls ihr jetzt gerade noch eine Frage haben solltet an uns, dann, äh, könnt ihr das über Twitter, so wie es gerade im Chat steht, äh, tun. Und dann, äh, werden wir das noch auswerten, weil wir werden jetzt, äh, heute mal ganz konservativ und einfach zum Ende kommen, Tschüss sagen, nee, stimmt nicht, den Streamer der Woche noch, und dann kommen wir nämlich zum Ende, ohne irgendwelchen Hickhack. Und, äh, wir machen heute mal ein zartes Ende, würde ich sagen. Ein was? Ein zartes Ende. Oh, oh. Ein ganz zartes. Oh. Einfach mit Tschüss sagen und... Oh! Das war's. Und heute, heute würde ich sagen, ohne, ohne Spiräntien, jeder sagt Tschüss und dann ist Lecht aus. Super. ganz einfach. Und, äh, für den Streamer der Woche hätte ich gerne, äh, Garak zu, zuerst. Ja, äh, Streamer der Woche ist, ähm, Kira, K1 von 3, die heißt wirklich so, K1 von 3, und, ähm, mit vorn, der Name ist Programm, das erste Kind von dreien, also ganz simpel, ne, so kommt man auf solche Namen. Ähm, Kira streamt, ähm, World of Warcraft, und das aus voller Überzeugung, und immer noch, obwohl das Spiel schon vor zehn Jahren out war, aber, äh, sie macht das super gut, und, äh, das ist, äh, meine Empfehlung heute, guckt da mal rein, und, äh, macht mit Sicherheit Spaß, sie ist meistens vormittags und mittags, äh, online, und, äh, ja, es lohnt sich in jedem Fall, K1 von 3. Okay, wartet mal kurz, Salih, ich muss dich mal kurz fixen, ich hab dir aus Versehen, Salih, ich wollte dich heute aus Versehen mal, äh, ein bisschen betonen, verstehst du mich mal? Es tut mir leid, Salih. Es tut mir leid, Salih, Entschuldigung. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. I'm sorry. Es tut mir leid. Ich guck da gerade, ich bin froh, dass ich untenrum was anhabe. Ach Mensch, sag doch, wenn du sie unbedingt sehen möchtest. Salih, Entschuldigung, Verzeihung. Boopstream. Nach eineinhalb Jahren. Wir haben vorhin aus Versehen wieder rumgewechselt und dann war das wieder verschoben und... Was ist denn, was war... Ach, ich heiße, wenn ich's so richtig okay, dann sind mindestens die richtigen eingeblüht. Entschuldigung. Jetzt muss ich mir die Wot angucken. Karak, bitte, bitte mach zu Ende. Wir wollten mich nicht unterbringen. Entschuldigung. Ja, mir macht es ja nichts. Ihr habt ja nur die Aufmerksamkeit von Kira entfernt. Ja, bitte zurück. Also, ich war ja durch. Ich war ja durch. Also, K1 von 3, reinschauen, super lustig, super nett und Streamerin der Woche. Bin ich auch oft morgens. Echt? Ich kenn Kira gar nicht, aber ich bin echt kackenbreißig, ich knall gleich ein Follow rein. Mach ich ja immer. Das ist eine wirklich, wirklich nette. Bin ich auch morgens. Oft. Ich gucke mir die nette Dame dann mal an. Okay, Salih, möchtest du? Gerne. Okay, hau rein. Mein Streamer der Woche ist der Happy Hoppit. Ich bin ja momentan sehr Dark Souls angefixt, wem es noch nicht aufgefallen ist. Und er hat vor sieben Tagen, also er spielt Dark Souls 1 als Challenge, jedes Mal mit nackt, ohne No Hits, also ohne einmal einen Treffer zu kassieren, egal ob vom Boss oder von normalen Gegnern, ohne Magie, ohne Klitsch, also das ist unglaublich interessant. Einen Knall, einen Butcher, den er bekommt und er startet das Spiel vor neun. Vor sieben Tagen hat er es geschafft, das komplette Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Schlag zu kassieren. Das war schon ganz großes Kino und da bin ich seit Wochen, schaue ich mir das nachts zum Schlafen gehen noch an. Ich meine, er ist ein ganz, ganz junger Kerl und das ist einfach super und diese Geduld und also das ist echt toll zu sehen. Selbst wenn man es gerade spielt, das Spiel, man kennt halt die Stellen und und und. Toll zu sehen. Also als Dark Souls Fan sollte man mal reinschauen. Das Problem ist aber, er heißt Heavy Hobbit. Hab ich doch gesagt? Ja, aber das ist ein Problem. Warum? Ich mag das Hobbit-Zeug nicht. Aber jetzt Ali, wehe der ist nicht gut. Ich folge dem jetzt, okay? Wehe der ist nicht gut. Ich vertraue dir da jetzt. Aber er hat es vor sieben Tagen geschafft, das ganze Spiel durchzuspielen. Ja gut, das mache ich mir da. Oder einen Schlag zu kassieren. Das mache ich mir da Augen zu. Und linke Hand auf dem Rücken verbunden. Wirklich? Nein. Okay. Okay. Nein, das ist schon, also das ist schon eine Kunst. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Abgesehen von den ganzen Speedrunnern, das ist wirklich toll. Slebi möchtest du oder soll ich? Ich kann auch. Also ich, ich habe den Kollegen Fail, äh Fail, Spamfish habe ich, weil der momentan vor allen Dingen, also vor allen Dingen, weil er momentan seinen Mario-Thorn durchzieht. Und das extrem witzig ist, ihm beim Failen zuzugucken. Er spielt halt alle Super Mario Titel chronologisch durch. Hat glaube ich schon vor zwei Monaten oder so angefangen mit Super Mario Bros. 1. Hat glaube ich da für einen Monat gebraucht. Hat jetzt für Super Mario 2 einen Monat gebraucht und sitzt jetzt gerade an Super Mario Bros. 3. Und, ähm, der ist einfach, also das ist ein super sympathischer Brite, dem ich super gerne zugucke. Einfach weil er dieses, auf eine nette Art und Weise, dieses Understatement von einem Engländer halt hat. Das mag ich einfach. Der ist total nett, finde ich. Also, nett, nicht jetzt in dem Sinne von ein kleiner Bruder von Scheiße, sondern, ähm, ich finde es interessant, wie er zum Beispiel mit Hate umgeht. Weil er nie irgendwie, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Dan, das ist jetzt irrelevant, aber mit Dan, der halt immer zurückbeleidigt, ist er halt so, er gibt halt den Leuten irgendwie was zum Nachdenken. Er nimmt es nicht übel, sondern er lässt die Leute, er bannt auch nie irgendwie die Leute, die ihn haten. Und das finde ich sehr interessant bei ihm. Das ist interessant zu sehen, auf jeden Fall. Aber an sich ist er halt einfach, das ist der Typ, der halt, ähm, von dem der Failfish, äh, Emote kommt. Und da ist quasi genau das sein Emote, äh, sein Emote-Programm tatsächlich. Also er failed momentan an diesen 30 Jahre alten Spielen, fast. Jetzt nicht mehr ganz, aber, ähm, fast 30 Jahre alten Spielen. Äh, und das ist auch cool zu sehen, halt, wie schwierig die Spiele damals tatsächlich waren, wenn man sie heute nochmal versucht zu spielen. Spamfish. Spamfish, ich mag Spamfish sein Dialekt. Schon allein deswegen gucke ich ihn. Ja, das stimmt. Äh, ich hab was sehr Unkonventionelles. Ich hab, äh, Harley Place, äh, wahrscheinlich bei einigen bekannt bei, von Epic Mealtime, der, der Sauce Boss. Sauce Boss. Sauce Boss. Sauce Boss, äh, ich bin, ich bin absolut verlauft in diesen Typen. Also, äh, der ist einfach, ich weiß nicht. Das ist halt so ein, so ein Zwei-Meter-Hühner, der den ganzen Tag nur, wenn der den Mund aufmacht, kommt da Tünnif raus. Also der Schauspieler hat nicht mal, der ist einfach so. Und, äh, ich zieh mir gerade alles von ihm rein, was er, was er so im Angebot hat. Und ich muss mich jedes Mal wegpieseln. Sein Stream ist lustig. Er spielt meistens Battlefield, ähm, und anderen, äh, Schwachfug. Ab und zu auch mal, äh, irgendwelche anderen Spiele. Aber ich muss mich nur bepieseln bei dem Typen. Ähm, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Wer Harley noch nicht kennt, äh, ist auch ein Top-Vlogger, der bringt jeden Tag bei YouTube irgendwelche Sachen raus. Das ist, äh, ist sehenswert. Also ich mag, äh, ich mag ihn sehr. Bei dem kann man auch kochen lernen. Aber auf eine andere, äh, Art und Weise, eine etwas ungesunde Art und Weise. Macht eine sehr leckere Lasagne. Eine sehr leckere Lasagne macht er, ja. Vielleicht nicht so gut wie Garak seine, aber auf jeden Fall eine gute. Ähm. Und er hat den göttlichsten Bart von allen Bärten, die es gibt. Nee, das stimmt nicht. Doch. Nee. Der ist einfach nur geflickt, ey. Alrighty. Ähm, Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir kommen zum Ende heute beim zwölften Planenschnack, oder? Ich werde nochmal die, äh, Links reinhauen für euch hier, von den ganzen Leuten. Ihr könnt ja schon mal Tschüss sagen, wenn ihr wollt. Darf ich? Äh, möchtest du heute nicht, äh, die Letzte? Achso. Ja, du kannst auch früher, wenn du willst. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Kennt ihr das? Also, ich hab immer so, ich denke, ihr seid alle Streamer. Ja, alle. Ja. Und dann denkst du, okay, wow, lehnt sich zurück, erstmal jeder 5 Minuten lang angerissen, und dann, okay, danke, dass es ja war, tschüss. Okay. ich persönlich muss sagen, ich kann tschüss sagen, am allerschlechtesten. Vom ganzen Streamen ist das Verabschieden immer das Schlimmste bei mir. Nee. Deswegen mache ich auch nicht Schluss. Ich schalte dann immer Werbung. Ich schalte dann immer Werbung. Wie, wenn du nicht weißt, worum es geht, oder was? Nee, beim Verabschieden dann so, und tschüss, und dann Werbung. Okay. Also es war schön. Ich fand das Thema sehr interessant. Ich bin froh, dass ich dazu was sagen konnte. Ich hatte nämlich im ersten Moment ein bisschen Angst. Aber selbst als Consolero ist man ja dann doch nicht so ganz außen vor mit den Vorbestellern, DLC, etc. Blablabla. Ja, es war sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin gerne wieder da und wünsche noch einen wunderbaren Sonntagabend. Tada. Ich sage auch Danke. Also, dass du da warst, dass ihr da wart, dass ich da war und dass wir so viel Spaß hatten, dass alle auf mir rumgehackt haben, mich ausgelacht haben, ihr Penner. Wow, Sissi-Modus. Garak hat dir beigestanden. Der hat heute nämlich nicht viel dazu gesagt. Der hätte ich sonst so... Der hat ja Nesca geguckt die ganze Zeit. War der beste Plankenschlag von Garak heute. Hat niemand mitgekriegt irgendwie. War es? Garak war da bei zwölf? Ja, Jaja, der war da. Was hat er gesagt? Jaja, der war zu sehen. Oh, ich habe eine ganze Menge gesagt. Das stimmt, das stimmt. Am Anfang, aber als es in die heiße Phase ging bei Nesca, warst du nicht mehr da. Ja, das ist das Daytona 500. Das ist Saisonbeginn. Das muss man einfach... Das darf man nicht verpassen. Und deswegen nehmt ihr das auch keiner übel, Garak. Außer ich. Das ist gut. Und bevor das jetzt hier so ankommt, wir haben uns alle lieb. Also, ihr braucht keine Angst, um mich zu haben. Ich liebe ich ja alle. Ne, wir bauen Slappy gleich wieder auf. Ja, ne, ne. Ich habe es ja extra gemacht. Ich wollte ja ein bisschen provozieren. Gereize. so ein... Guck dir auch mal gut in so einer Diskussion. Definitiv. Deswegen. Also, mir ist es gefallen. Ihr habt noch einen schönen Abend. Das ist ein Befehl. Und wir sehen uns in zwei Wochen. Ne, sehen wir uns in... Doch, in zwei Wochen sehen wir uns nochmal wieder. Ne, dann ist dein Urlaub. Glaub ich. Oh, ne, im Urlaub machen wir auch Plankenschnack. Ach so. Das wäre ein schöner Urlaub. Ich kenne da gar nichts. Aus dem Urlaub wird auch geplankenschnackt. Ich muss nur gucken, welche Zeit das ist. Und in zwei Wochen ist auch Jubiläumsausgabe. Ne, halbes Jahr. Plankenschnack. Was? Ja. Ja, ja, klar. Nummer 13. Heute ist 12, dann ist 13. Ja, stimmt. 13 müsste Hälfte sein. Cool. Ja, richtig. Du kannst dich dann schön an den Sandstrand setzen und von da drüben mitmachen. Das ist dann nachmittags um 14 Uhr, da steht die Sonne gut, alles prima. Ja, dann musst du aber von deinem Rechner streamen und so. Das klären wir dann irgendwann mal. Dann können wir ja so eine Spezialsendung machen mit den besten Szenen aus 20 Jahren Plankenschnack. 20 Jahren Plankenschnack. Und dann komme ich so, ich komme dann so von der Seite so ins Bild rein, klein, während Garak gerade irgendwie über die Deutschen kritisiert oder so. Und dann sage ich, also da habe ich mir gedacht, ne, das ist das, ne. Und dann kommt da unten so ein Titel, Slipstick, hat sich das echt nicht denken können, dass Garak so was sagt. Oh Mann. Ja, genau so machen müssen. Garak hier kannst du ja keine Werbung machen, aber er möchte trotzdem noch tschüss sagen. Ja, naja, ich mache mal tschüss. Ja. Danke, dass ich da war. Achso, ne, danke, dass ihr da wart. Meier, du bist echt eine Nummer. Das kannst du ja sagen, was du willst. dass Salih da war vor allen Dingen, ja, so kurzfristig eingesprungen wie immer. und das hat diesen Klackenschnack eigentlich auch ausgemacht. Ohne Salih und seinen Sonnenschein wäre das sowieso nicht so gut geworden. Und wir haben sogar, ich meine, alleine weil du da warst, haben wir auch am Ende noch Boops, ja, also wir hatten alles im Programm. Wunderbar, da kann gar nichts schief gehen. Danke fürs Zuschauen, an die Zuschauer im Kornall und ich freue mich aufs nächste Mal in zwei Wochen. Ciao, ciao. Wo bist du über mir? Wow, voll das Kinn geküsst, ja? Ja. Dankeschön, dass ihr, dass ihr alle da wart, da draußen und zugeguckt habt oder zugehört habt. Auch bei einer sehr brisanten Thematik heute, die wirklich sehr brisant war. Vielen Dank an die Meinungen, die geteilt wurden hier. Ich habe heute für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder was dazugelernt, Sachen gefunden, bei denen ich mich mal schlau machen müsste. Das gilt für alle, ja? Auch Sleppy, der ja scheinbar heute mein Streitkollege war, wurde mir ja mitgeteilt. Dankeschön, dass wir echt schon wieder drei Stunden geschnackt haben, einfach so aus der Hüfte. Und schaut bitte bei allen bei Twitter vorbei. Twitter ist, kann ich euch sagen, ist besser als Facebook. Da kriegt ihr alles, was ihr braucht, wann unsere Streams losgehen, etc. PP, Garak, Sleppy, Sali, Izzy, ja? Und Plankenschnack, hoffe ich mal, für die Leute, die es verpasst haben, ist heute, nee, naja, morgen, sagen wir mal, morgen, irgendwann bei YouTube zu finden. Gibt es auch bei Twitter und Facebook dann zu hören. Wir sind hier an der Stelle raus. Love you long times, ihr drei. Und bis dann, wollen wir winken? Winken! Tschüss! 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 Vielen Dank.